Das ist für den Waffen-Charme. Der kommt zu. Schwöre. Ja, Cody Bourbon. Boah, ist das... Oh mein Gott, ist das ungewohnt. Holy shit. Hallo? Ja, wir haben fertig gemacht, Schauti. Das war eben hier die Lautstärke. Kann ich das überhaupt noch? Hallo? 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 Da sind ja meine Freunde. Hallo? Wer ist denn meine Freunde? Ich weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Freddy, ich komme von der Blood. Ich bin der Kürbis. Ich war im Urlaub. Ich war in Scherl in Russland. Nein. Jack, was machst du denn hier? Was? Ich bin der Kürbis. Oh, der Harry. Oh, der Harry. Oh. Ich habe den Harry im Wald gefunden. Ich habe den Harry im Wald gefunden. Ja. Ich bin jetzt Harry Frat. Was bist du? 1-8-7. Der Harry Freddy. Ich habe doppelten Arme jetzt. Hallo? Und, was gilt? Ich bin schon seit vorgestem Wälder da. Was machst du denn? Ich war mit den Yadis unterwegs. Wir steppen in der Street hier rum. Ja, ich geb wieder schlafen, geht nix. Ich hab du es. Ja, ich auch. Biti, was hast du für ne Frisur? Gibst du danach schlafen? Nö. Hola Mexikanos. Oh, wie viel fällt immer noch aus der Hand? Nein, da hab ich in deine Arme. Achtsam. Und jetzt? Lack, seit wann bist du ein Mann, Goofy? Wieso? Du setzt dich hier hin und sagst, Lack, wie gehts? Danjo, hast du Stellung gehalten? Ja, ja, alle Autos noch da. Parkmeister gespielt, ja, sah gut aus. Blumen gegossen. Hast du doch immer diesen Tagschreibe reingemacht? Fünf Leute haben Parkverbot. Ne, da wusste ich nicht ganz, ob ich machen soll oder nicht. Wer hat Parkverbot? Hä? Wer hat Parkverbot? Wer hat Parkverbot? Ja, da ist ja noch anscheinend in der Klärung, so wie das klingt hier. Ja, ja, ja. Alles in der Klärung. Ah, fürsterlich, fürsterlich. Wie ist Garlet am Parkverbot? Ja, ja. Why? Ja, genau aus dem Grund. Ja, sag doch. Hat Steffi auch Parkverbot? Die hat sich da ein bisschen zu viel Geld eingesteckt für einen Deal. Nein. Was, Steffi? Parkverbot? Was? Steffi hat auch Parkverbot. Was ist ein Deal? Ne, ich glaub nicht. Ne. Ich hatte mit der vor einer Weile einen Deal laufen, ein paar Stethoskope verkauft und sie hat sich ein bisschen mehr Geld eingesteckt als sie sollte. 200.000 um genau zu sein. Also hat die uns beklaut? Ja, hab ich... Ja. Was sie ficken? Hab ich schon. Wer... Ich bin zuerst. Warum riecht sie auf einmal nach Parfum? Oh, shit. Hallo? Oh, oh, oh. Oh, oh. Solti! Was geht? Einfach die Hübscher. Jumjum. Wer ist das denn? Na klar, na klar, na klar. Keine Sau. Senorita. Baby, oh. Diese Appel, Popo. Dabei hab ich den versteckt unter meiner Jacke. Wow, du siehst ja voll cool aus. Woher die kauft? Ja. Voll frech. Ich hab einen gekauft auf dem Sommer. Shit, Alter. Was macht ihr so? Wie geht's euch? Ich war im Urlaub. Ich auch, zufälligerweise. Wo wart ihr? Ich war in China in Russland. Ich war in China in Russland. Hey, mach's doch da! Ja! War's da kalt? Kannst du dir vorstellen? Die haben keine Geschäfte, wo man Essen kaufen kann. Hallo, meine Freunde! Oh, was? Da muss man selber alles besorgen. In ganz Russland? Nein, nur da. Also. Das ist, glaub ich, in Ukraine. Hm. Ja, im Wald gibt's Essen. Oh, hallo. Oh, hallo, Johnny. Mach mir das Essen. Hallo, meine Freunde. Wer kommt denn da? Oh, ne. Der Yon. Sante, du hast keine Hose an. Danksam. Nein, brauch ich auch nicht. Ach so. Aber ich hab Flipflops. Ist er wieder warm? Ach, ist er wieder warm? Ja. Guck, siehst du? Der Schneezweck ist heiß. Ich brauch auch ne neue Hose. Hä? Seit wann haben wir einen T20? Der wird Danju. Das ist Danju sein, ne? Oh, ja. Das ist irgendwie ein Discarsfeld. 0xD. Raus aus der Fahrbahn. Ja. Hier, fang. Halt, Junge. Bitteschön. Ja, ja, Habibo. Bitteschön. Ui. Komm, bewege. Äh. Was? Mhm. Da hat's'n direkt die Sprache verschlagen, wenn ich den Schlüssel verschließe. Ich geh mal meine ganzen Autos holen und so. Boah, ich muss auch. Oh. Ich ne, ich hab nix. Ich hab alle ausgepackt, die gehen. Also, alle aus der Fahrbahnstelle. Die gehen. Ui. Ui. Ja, Parkmeister. Ui. Ui. Hast du auch die Parkscheiben in rosa reingelegt? Äh. Nur die, die zu lange standen, ja. Okay. Ui. Ui. Wie viele getönten Scheiben bin ich mir noch nicht ganz sicher gewesen, ob ich die mal reinmachen soll. Bis gleich. Ui. 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 Oh, ganz komisch, GTA zu spielen. Äh. Dibo, danke für den Prime im vierten. Gib Kuss. Ui. Und Schudi, danke für den Riesern. Mechatroniker, danke für den Riesern. Dreiundvierzigsten? Gehen, 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 gehen. Kraftmeierhand, man. Und Trust. TP? Ne, Trust P3. Dankeschön für den Riesern. Ne, da waren noch Feuerwäldchen immer online. Das stimmt nicht. Wademeister und so sind abends immer ein bisschen unterwegs. Das ist eine Lüge. Was ist das? Ach ja, die haben die... Boah, Unity hat die Idlecam entfernt, ne? Und die wieder die Maus bewegen. Mein Chat wieder kaputt. Hallo? Keiner unterhält sich mit mir. Schaut, dir danke für den Prime im 7. Prime is not a crime. Dankeschön. Aber jetzt spiele ich gar nicht mit dem Medium-Present bei OBS. Jetzt sieht GTA voll scheiße aus. Okay, ich habe gerade versucht, Maus da reinzudrücken, um ranzuzoomen. In der sie. Keinen mehr im Park gesehen, die waren ja unterwegs, ne? Dunjo ist auch jeden Tag da gewesen. Tagsam. So, Master of Disaster, danke schon für den Prime im 13. Und Falcon, danke für den Prime im 14. Erstmal Brunnen suchen. Alternate hat ja damals sowas gebraucht, ne? So ein Mad Max-Server, so ein Survival-GTA-Ding. Band zu Ende, dann kannst du ja wieder Pommes geben. Ne, ich war nicht gebannt. Ich war vorgestern schon online und die Yaris haben jetzt eine Villa oben. Von Schwarzwasser, die. Aber die wohnen hier unten noch und oben. Gering mit Villa? Ich frag mich nicht. Vielleicht wollen die ihr IP auch ändern. Der neue Park kommt, wenn ich einen Zettel unterschrieben habe, dass Unity die Nutzungsrechte dafür haben. Auch wenn ich irgendwann den Server oder das Team verlassen werde. Muss ich nur machen. Die wollen sich da absichern, was auch richtig ist. Wer hat gesagt, dass ich den Server verlassen will, Bruder? Wenn ich irgendwann mal den Server verlassen sollte, wollen die sich absichern. Mit einem Zettel, die das Mapping weiterhin benutzen dürfen, was ich gemacht habe. Das meine ich. Warum sollte ich den Server verlassen? Das ist doch schön hier. Gefällt mir. Macht mich glücklich in meine Hose. Hey, ho. Chat, ihr seid schon wieder müde, ne? Ja, ja. Oder alle wollen die, die sie sehen, anstatt GTA. Mr. Master King, dankeschön, bitte. Moistel, im 18. Kussi zurück. Wadu, heck. Po, act, bitubu. Also, ich habe mich glücklich in die Hose. Hallo? Hachsam. Bist du wohin gelaufen? Ja. Warum sind wir nicht zusammen gelaufen? Hui. Alles in Ordnung? Danke schön. Danke schön, Mariechen. Nein, Skopin. Ich spiel beides gerne. Und ich kann ja Desi spielen, wenn ich möchte. Wir haben einen Kreis der Fibisse. Alter, meine Polen sind weg. Ich bin der Fibisse. Hi! Alle meine Freunde sind weg! Wir sind hochgefahren zum DOJ. Okay. Wann kommt der wieder? Ähm... 15 Minuten, 20 Minuten? Ich fahr auch dahin, aber ich warte vor der Tür. Okay. Bis gleich! Bis gleich! Aber was mit Jun? F**k dich doch! Wo ist neun? Mit wieder Luca? Mit wieder Luca? Eichen Dankeschön für die Wissen vierten! Das geht ab Dr. Hyde! Ihr seid alle müde Das ist der Kuschel Philipp auf den Gewissen, der hat sich selbst umgebracht. Da kann ich nichts für. Ich liebe dieses Auto. Ich mag es. Nein, das haben wir doch nur gebaut, Schattenbund. Alles andere liegt jetzt an Nick, weil der Dev-Zeug machen muss. Ich glaube, es scheint irgendwie nichts los zu sein hier. Bin ich schon wem anders über den Weg gelaufen außer John? Das sind die Leute. Hilfe. Ich bin aus dem Weg. Ich bin aus dem Weg. Ich bin aus dem Weg. ne die wohl nur nicht aber wird wahrscheinlich bald passieren je nachdem was da abgeht mal gucken ich bin momentan echt komplett zwiegespalten ich weiß nicht was ich machen soll ich hab auf alles Bock aber will mich auch nicht langweilen seid ihr meine Freunde? hallo? 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 ja? wer aber ist fertig? ähm du meinst dieses konzept dafür? ja klar hab ich doch dem eerie gegeben oh schon durch cool ich weiß nicht ob das fast durch ist aber aber das liegt schon vor wir haben den auftrag schon gegeben für das ausbauen ja perfekt das wusste ich nicht hoffentlich ich rufe den mal an ok wo bist du? wo bist du? eine schranke ach so ach so wir gehen jetzt alle rein und machen das ok ok tschau tschau hallo 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 vor wem vor dem typ auf dem montfeld vor dem typ auf dem montfeld ich bin da ich kann knattern ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da hallo hallo bist du müde? es geht ja boah ich auch hab keine energie für ge nix ist das vom dangrolesauldo? ja aber die hat die samozanfarbe ne? kann sein du bist nicht sehr gesprächig ne? ja nicht so ich versuche jetzt ins gefängnis einzubrechen viel spaß viel erfolg soll ich machen? ja ok ich kann dir aber helfen warte nö aua 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 ich bin einfach hingefallen warum sind sie hingefallen ich wollte klettern das ist nicht gut hier um zu klettern habe ich auch gemerkt so 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 Weißt du, wo mein Pfohlen-Tennel ist? Ich glaube, der ist reingegangen. Boah, ich hasse den. Haben wir die Musik an? Nein, das ist viel. Kommen Sie her. Ja, wir haben Musik. Komm, Ranni isst keine Musik, Mann. Kommt noch her jetzt. Ich bin hingefallen. Boah, wo ist er? Da, ich wollte da rumklettern. Warum willst du hier rumklettern? Anwältin. Hallo. Die macht gerade das Dokument fertig für die Vollmacht. Wuppertal. 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 Kommen Sie schnell. Ja. Shine Brian like a diamond. Shine what a diamond. Ist das unsere Anwältin? Ne. Meine. Gerade schon. Ja, gerade. Sind Sie gut in Ihrem Job? Gerade gehört sie uns. Das ist die Beste. Ja, ja, ja. Sind Sie die Besteste? Das Beste. Die aller Bestes. Ich geh mir auf jeden Fall mit. Sollen wir tanken? Sie war stets bemüht. Hört es, komm mal kurz. Okay. Aua, Jack. Hast du das schon mit der Waschanlage und so erledigt? Ähm, ja, ich hab Juri das neue Konzept gegeben und der und diesen Bauauftrag dafür. Ja. Ist auch schon eingetragen? Nein, das noch nicht. Oh oh. Weil die Typen vom Gewerbeamt sind nie da. Ja. Warum? Ja, weil wir das, keine Ahnung, wir warten jetzt schon eine ganze Weile, ne? Ja, was soll ich machen? Gibt's da eine Nummer? Weiß ich nicht. Nö. Die Typen sind halt seltener als weiße Goldfische. Oha, weiße Goldfische hätt ich auch gern einen. Werbeamt hab ich hier, 111, aber die sind nicht da perfekt. Boah, die gehen, die sind doof. Ist doch nicht schlimm. Ja, okay. Na gut. Muss doch nur geändert werden. Ja, ja. Boah, die haben wohl heute Verkehr hier, ne? Mahlzeit. Mahlzeit. Freitag sind wir Verkehr. Rufel. 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 Di, 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 di. Brauchst du einen Krankenwagen, Küritz? Jemand muss sich meinen Bein angucken. Bisschen verdreht, kann nicht sein. Tut ein bisschen weh. Ich kann das machen. Sag mal, bist du verblödet oder bist du verblödet? Wir sind doch direkt hier oben, Palito. Ja, ich fahr gleich mal hin. Ich mach Voodoo-Zauber mit dir. Warte, ich hab ein Stuhl gleich gebläht. Musst dir ein paar Köpfe im Kreis legen und dann mach ich Voodoo-Zauber mit dir. Das ist Finn seine Aufgabe. Was ist hier, was ist hier los? Schuss, Da Vinci. Mit der Buchse hängt ihr ein Ei raus. Hör mal auf. Schaut der hin. Finn. Geh halt nichts, ne? Ihr flüstert. Ja? Ja. Hallo. Hi. Hi, hi. Soll ich dir ins Ohr flüstern? Ja. Wow. Das Bein ist in tadellosen Zustand. Kannst du mir so ins Ohr hauen? Ich geb dir 10 Dollar dafür. Ich warte, die Anwälte hat keinen Bock auf uns. Wow. YMT. Ich bin am Konzentrieren, die labern nur Scheiße. Gehört es 10 Dollar für dein Bein. Kiki fesselt mich zwei Wochen in den Dings, Alter. Und ihr labert genauso viel Scheiße wie vorher. Ja? Wer hat dich gefesselt? Kiki. Unsere Kiki? Ja, ich wohne bei der. Ich musste aufräumen. Ich hab die schon so lange nicht mehr gesehen. Ich glaub, du hast die aufgegessen. Ach. Siehst du doch. Sie ist bestimmt ein Bierkühler. Wäre fett, wenn die in mir wär. Oha. Oh. Oh. Sag mal, TK, wo greifst du mir eigentlich dahin, wenn das der Finn sieht, ne? Ja, beruhig dich. Wenn das die Bila sieht. Alles im Griff hier. Mila wieder das. Okay. Alles im Griff. Jack und Curtis. Was mit mir? What? Was? Ich bin gut. Alles im Griff. Ich wollte meine Fühler mal ausstrecken. Ja, dann... Hallo, Paveli-Bunker. Gladdi, danke für den Wisdom im Elften. Und Browni, danke für den Wisdom im Zweiten. Elf Monate, fast ein ganzes Jahr. Hukulu. Wo ist es wieder eigentlich? Und Shorty, nein, danke schön für den Prime im 19. Wack. Nein, die ist zu Hause. Die muss die 15 Weihnachtsbäume nur wegmachen. Schmeiße die aus dem Fenster? Und die muss noch ihren Rücken waschen. Nein, wir rauchen die. Aha. Deswegen sind die Eilpapierten leer. Ja. Hast du am 12.8. oder am 8.12? Das weiß der selber nicht. Wäre ich 12.8. Was machst du denn, Alter? Ah, Ceyron Browses. Ja, für den Fall der Fälle. Ich hasse das auch, wenn du jetzt. Wir machen nicht so doll, sonst hüpft ein Ei raus. Welche Ei? Der hat gar keinen. Die sind so klein, das passiert nicht. Oh Gott. Die fließt halt noch klein. Deine Piercings reiben aneinander. Oh mein Gott. Gleich kriegst du eine gewischt. Ja, bitte. Ja? Nein, Blutwurst ist eklig. Wow. Oh, Hilfe. Geil, ich liebe das. Ja, du liebst genau das, wie die Steffi, ne? Ja, die dicke Steffi. Wann kommt die eigentlich wieder? Die hat sich doch aus dem Staub gemacht. Die hat so ein Patent auf eine Halsspritze. Ach so. Ja. Die hat Schoko verlassen. Sie hat ihn einfach im Stich gelassen. Das ist durchgezogen. Das ganze Geld genau, wenn es am Kauen. Wortwörtlich im Stich. Warte? Ja. Ja. Der Takashi Byron ist nicht im Dokument drin. Hallo. Er ist satt. Doch. Wollte eigentlich alles. Dann habt ihr auf der Namensliste, ne? Ich schreibe ich dir nicht zu. Das ist Beatty, ne? Wir machen Takashi. Ja, hör auf. Wie kann man nur Takashi haben? Ich bin im Voto aufgewachsen. Oh, Memo, Abi. Du bist in einem Müllton aufgewachsen, Junge. Nein. Was für Dote. Gut, gut, gut. Kommst du zum DOJ hoch? Wir stehen hier schon alle. Oh, Memo ist aus dem Wald gekommen. Ja, weil die sind los. Wir sind gar nicht in dem Wald. Weißt du, wo das ist? Das State Prison oben im Norden. Ja, wenn Jack ihm den Weg nicht mehr leitet, ist er ganz schön hier. Da, wo immer die Durchsage kommt. Meine Mama hat mich angeschrien, aber wir hatten ein schönes Auto. Genau, da kommst du hin. Wir stehen auf dem Parkplatz vorne und links, wenn du reinfährst. Was willst du denn? Ja. Dankeschön. Ui, armer Jack. Der kann sich nicht wehren, der ist in der Konzentration, Pommes. Aber willst du die haben? Ich mag Pommes. Auch. Ja? Der Jack muss sich auch konzentrieren. Aber nur mit den Mayos, nicht mit den Ketchup. Meine Burg wird angegriffen. Von Ketchup krieg ich bohren. Ganz viel Salz und Mayo. Ja, Salz und Mayo und Paprika. Salzgewürz, diesen roten. Ja, Paprika. Oh, das ist es. Ui, jetzt hab ich Hunger. Ui, jetzt war nur Pommes gestrichen. Pommes. Oh, der Naskul ist auch da. Das ist kein Dino. Naskul. Das ist ein Naskul. Das ist ein Naskul. Pommes. Hat jemand am selben Tag Geburtstag wie ich? Oh, bitte. 1.1.1990. Ich weiß gar nicht, wann ich Geburtstag habe. Wer denn? Guck mal. Wo ist Hayes? Auf die Turner. Da steht Wache. Der passt auf. Wer ist im Militärbundkampf. Finn, wenn er jetzt nicht schwul wäre, ist er zu ihr eine gehabt. Das ist ja, stimmt. Will man auf dem gleichen Tag Geburtstag haben? Als ob die Anwältin ihn nehmen würde. Das ist doch ein Pernasch. Das ist doch ein Pernasch. Der scheiß Wichser sagt mir seit 10 Jahren, dass wir heiraten. Oha. Und den einzigen Ring, den du bekommst, ist zu schnaugen. Und gehört das deiner? Wer ist meine Freundin? Der Cockring. Was? Was? Das sind die Anwältin am gleichen Tag Geburtstag. Was? Möchen. Was? Und B-T-Zen. Komm so kurz mit. Aber ich bin in der Körbe. Das muss jetzt wieder laufen, ey. Boah, hey. We, we, we. We, we, schreib mir doch SMS, oder? Hier, der Filmhaut. Kommen Sie mit? Bitte. Äh, was? Oh. Ist es wieder Zeit für kurze Hose? Ja. Ist es wieder warm? Guck mal, meine Hose. Ganz kurze Hose. Guck mal. Da sind alle mit Flip-Flops rum. Na schön, ne? Ja, Flip-Flops und Badehose. Ja, die Flip-Flops sind, glaube ich, wichtig. Blut. Weißt du, wie das klingt? Ich glaube, ich habe eigentlich auch Flip-Flops. Das gibt's für die Tanzen. Die hätte auch so eine Hose holen. So ein Scheißer. Warum trägst du denn du überhaupt Brot? Weil ich bin jetzt der Harry Freddy. Das ist Freddy. Was, Gangster? Du bist von einem Blutwurst-Gang, ne? Ja. Papa will die Bunker an den Gang aufgemacht. Echt? Ja, die Blutwurst. Da muss ich auch hin. Die haben die Blutwurst-Gruhte. Ui. Ui, Memo, guck mal. Ui, Memo, guck gleich. Woher ich tanzen kann, trotz Flip-Flops. Ich bin so ein Gott. Du bist ein Piefge. Du bist ein Piefge. Eine Schweißfüße. Kleine Piefge. Hey, hey, hey. Eine Schweißfüße kleben das fest. Boah, hab ich das vermisst? Ja. Ja. Wir stehen nicht in der Kreis. Wir sind ein Haufen. Das ist tatsächlich ein Haufen. Ja, gucke. Ein Haufen voller Idioten sind wir. Das ist ein gut organisierter Kreis. Die Wahrheit. Guck mal, so wie mein Jahr 2020 aufgehört hat, so fange ich mein Jahr 2021 an. Direkt die nächste. Arbeitslos besoffen und ohne Kohle. Aber rot. Aber rot. Ich bin jetzt wichtig. Ich bin jetzt Freddy von dem Blut. Nicht blau. Von dem Blut. Von dem Blut. Und manchmal ist ein Abstecher in der Wald. Ich bin Vater von Hooverchips. Ui. Ja. Wie schmecken die? Was ihr sagt. Ich hab einen Onkel in Dubai. Wenn das der Fanta hört, hör mal. Dann ist aber das Licht ganz schnell wieder aus. Harry, was machst du eigentlich hier? Ich bin da. Der Hange sucht die Steffi. Der zeigt ein bisschen Anwesenheit. Doch, der will ja wieder am Bein rammeln. Die hat schon Eistee angenommen. Die gehört schon mir. Ja, ja. Wo ist der Steffi nur wieder am Bein rammeln, Junge? Wie willst du die denn versorgen mit deinen Essensmarken? Hallo? Ich hab Eistee geholt. Von welchen Geld? Einmal am Tag. Ich hab Schlüssel für Auto. Da ist ganz viel Essen drin. Ja. Warum haben die denn alle so einen schwarzen Arm? Weil Schwatze sind. Was gängst du? Die haben sich nicht gewaschen. Nein. Das ist eine Kriegsverletzung. Habt ihr einen Auspuff gefistet? Ja, Telka, erzähl mal, wie du den schwarzen Arm gekriegt hast. Ey, erzähl doch mal. Was wollt ihr denn? Kriegsverletzung? Was wollt ihr denn? Die richtige Geschichte, Telka. Nee. Erzähl mir. Komm, erzähl die richtige Geschichte. Ja. Und ganz schnell wieder rein in die Dämpfung. Wir haben noch Kuh beim Entschwürfen. Ja, richtig. Fass mir einen Arsch, Telka. Nein. Das sag ich dem Junge. Oh, oh. Der ist eh schwul, das nicht schlimm ist. Das wird meine Schwester mir einen Arsch fassen. Wo ist die Schwester? Ich bin auch schwul. Du bist kein Arsch. Du darfst trotzdem nicht. Du bist gar nicht homosexuell. Bist ein Lügner. Sagt man das heutzutage nur so? Ja. Ich weiß nicht. Man sagt doch nicht schwul. Reguliert euch. Ich bin PC-Kürbiskusch. Man kann doch divers sein, ne? Was kann man sein? Divers. Dann kann es bestimmt auch ein Taco sein. Ich identifiziere mich als Schnecke. Du bist doch eine heiße Schnecke. Danke. Tequila. Mio Mio. Ich mag nicht mehr hier sein. Sind viele Namen zu schreiben, ne? Ja. Dann heißen die auch alle so bekloppt. Ich bin in die Champions League. Dauert das noch lange? Haben sie krampen Finger? Können wir nach Hause? Kann ich dein Bleistin? Wollen wir da? Zu McDonald's. McDonald's ist einfach. Das macht mich sauer. Können wir auf dem Rückweg zum Strand fahren, nicht für Bahn gehen? Du könntest mir ja schon mal ein Schlüssel zu Hause geben. Dann kann ich schon mal vorfahren. Mö. Er meint doch nicht dich. Ich meinte die Anwältin. Du bist eigentlich umgefangen. Fängst du wieder an, wenn du mit dem Bein rammelst? Rausen. Ruh. Nachher müsst ihr eh alle gucken, ob ich euer Geburtsdatum uns so richtig eingetragen habe. Ja. Das weiß ich eh nie mal. Meinen alle. Woher geht der Junge? Woher geht der Junge? Gehst du hin? Wir gucken mal auf meinen Ausmaß, wie steht da für Dantum drauf? Wir sind doch auch schwer erkenntlich. Das bin ich. Ja, ja. Achso. Ist egal, guck's mir selber an. Wer ist wer? Wo? Wie der Jack? Der ist. Sind sie schon in der Siebener? Wo ist Mila? Hey. Tannenbäume rauchen hast du gesagt. Welchen meinen sie denn? Eins oder zwei? Ui Memo. Ui. Ui Memo, guck mal. Er will zwei. Die zwei sind schon fast wie die eins. Hält dich an, mein verschwitzender Körper. Weißt du das Item-Level-Handern-Jacke? Nee. Nur du. Äh, 200... Ja, 209. Was, Bruder? Herr Short, die kann auch noch einen heiraten. Ruhe, ich hab keine Brüder. Ja, der eine ist nicht zum Heiraten. Heute checkst du aber jeden mal ab. Hallo? Oh, Giffy. Was machst du? Ich hab Bock. Warte, ich leg mich auf. Ich setz mich auf Tick, also in den Schoen. Das ist gut. Geil. Bisschen tiefer mit der Hand? Ja, ja. Ja. Danke. Reicht. Hm. Party? Christ, dankeschön für Luisa beim Sipplen. Ihr seid alle müde und ich bin auch müde heute. War grad seltsam aus. Ich bin grumpy. Ich spring mal kurz in den Busch. Aktiv. Good luck. Habt ihr Lust auf Aktion Omega, der Aktimelt trinkt eine neue? Ja. Okay. Ich hab nicht zugehört. Alle, die morgen früh aufstehen müssen und Hände waschen müssen, sagen ja. Von der Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du das? Nein. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Ihr habt schmutzige Füße alle. Wascht euch eure Füße. Nein. Ich hab Flipflop. Ich mag Käsegeruch. Geht euch keine Hüte auf, weil ich hab in jeden Hut Flöhr reingemacht. War's? 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 Oh, guck mal, Schoko macht der Tante einen Heiratungsfall. Biti, der Kinder wirst du kriegen. Wenn wir kriegen kann. Gipfi, du siehst aus wie Abo. Find das gar nicht. Doch. Abo, der Überläufer. Gib mir einen Hut her. Der kann sich verpissen. Ich hätte nie wieder mit denen. Ich fühle mich ausgegrenzt. Wurde auch ausgegrenzt, wie die zwei super heißen Hüten aus dem Milch von Moria. Der hat nur Angst vor uns. Mach deine Burg kaputt. Ich schmeiß dich aus meiner Gruppe. Ich stürze dein Schaf, Junge. Entschuldigung. Das ist doch Mila, aber die ist ein Schaf. Entschuldigung. Das war Sprachmemo. Mila ist gerade aufgewacht. Hast du bis hierhin gehört? Mir haben wir eine Ziegenflüsterer. Lass mal nachschütten hier. Ui, guck mal hier. Memo. Mr. Power Plays, Dankeschön. Werden wir heute noch in der Welt? Wir werden heute noch in der Welt. Jyfi, mach mal bei euch. 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 Oh, oh. Man, da hältst du mich dran. Machen wir das mal. Ich muss mich bewerben. Ich bin freundlich. Ich gehe direkt hin. Ich bewehrt mich. Ich bin eine Bewerbung. Ich kann aber auch anders. Das ist Harry. Das ist unsere Chance. Wir machen die Karriere. Ich habe eine Anzeige gesehen. Ich habe eine Anzeige gesehen. Keine Ahnung. Ich habe nur geguckt. Aber ich habe Pistole bei euch. Ich habe hier gerade eine Anzeige bekommen. Sie suchen noch fehlige Mitarbeiter. Hier sind wir. Allzeit bereit. Gib mir eine Waffe und ich mache alles. Braucht ihr noch Praktikanten? Ich kann auch mit Pistole umgehen. Ich auch. Ich nicht. Ich bin eine vierte Panzerfaust. Ich bin Level 12 beim Bretteramt. Ich glaube, die Herrschaften links, die nehmen noch Praktikanten. Ich habe eine Karriere von 2,0. Was? Ich kann mit Handschellen werfen. Ich bin in der Champions League. Ich bin jetzt zwei losgeworden. Ich bin eine Eastboot League. Ja, wenn sie eine Bewerbung Kali machen möchten. Also Bewerbung, Lebenslauf, polizeiliches Führungszeugnis und eine MCU, dann könnt ihr ja. Hallo. Aber ich habe kein Zeugnis. War nicht in Schule. Mein Gesicht ist Lebenslauf. Guck mich an. Das ist mein Leben. Ist gut. Bräuchten wir trotzdem noch einen schriftlichen Lebenslauf, den wir abheften können. Können wir auf dem Bild malen? Ich darf ja auch auf dem Bild malen. Aber ich brauche Zahlen. Wir bringen auch unsere eigenen Verbequete mit mir. Also malen wir Zahlen. Ja, ist klar. Ich habe auch noch was. Was machen hier? Bewerbung. Wir machen Bewerbung. Malen wir Zahlen. Ist auch ein Lebenslauf, ja? Ich habe schon mal bei Rampus Pyramidenverleih gearbeitet. Dann brauchen Sie ja noch. Sie müssen definitiv zum PD feuern, polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Ich bin nicht beim Hausverbot da. Ich bin schon seit 500 schon mal schwierig. Wenn ihr uns alle nehmt, habt ihr nie wieder Probleme. Wir machen alles. Genau. Wir räumen auf. Ja, und zwar Probleme. Ich kann auch aus zwei Kilometer ganz nach unten sprechen. Man hört alles. Aus zwei Kilometer nach ganz unten sprechen. Kommt, Jungs. Der Typ mit dem blauen Haar nimmt uns nicht ernst. Hast du uns halt verloren, ne? Das macht mich sauer. Wir fordern von einem 6, 4. Die wollen uns nicht. Wieso? Ich verstehe. Beim Marschitz-Service. Muss ich die Vollmacht jetzt nur lesen oder muss ich auch schon was unterschreiben? Ja, unterschreiben. Femmo, komm, guck gehen. Hübsche Frau. Okay, warte. Ich unterschreibe es doch kurz. Auf. Femmo, wir müssen in Chamele zusammenlegen. Das ist hübsche Frau. Alles gut. Komm, 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 Familie. Wir müssen unterschreiben. Oh. Und... Oh, oh, oh. Kann jemand für mich unterschreiben? Ich kann das nicht. Ja, müssen sie... Ah, sehr gut. Warte, Meister, ich gebe Ihnen Vollmacht, ich kann nicht schreiben. Aber musst doch ein Notar machen, oder nicht? Ich bin Notar. Ich bin Notar. Ach so, okay, ja. Alles klar. Dann könnte ich doch im Namen von irgendwem was aufsetzen, das einfach notariell beglaubigen lassen. Ich bin ein freiburgischer Notar. Also, ne? Nein, wo war noch nicht? Ich muss erst nur eine Wish unterschreiben. Bist du im Telephone? Äh, ja. Boah, hier kann man gut Zeit reinsteigen, ne? Ui. Ich tricke mal die komplette Mute-Teste. Kleine Lanz-Dankschöpfel, vor allem im 32. 516961. Was? Verstehe ich nicht. Ist das dein Handy-Nummer? Ich soll dich ganz viel fragen, ob ich auch mal auf deinem Daisy-Search-Spiel mitrenne. Aber der Welt ist das gerade zu. Ich sag dir Bescheid im Discord. Bin auf, ist sie da. Wo ist der Juni? Weiß nicht. Er wartet. Aber der war nicht in seinem Auto. Er ist draußen. Weiß ich nicht, vielleicht ist der Piepenmacher. Vom Tor? Er hat einen Oreo-Schiss. Wann können wir nach Hause? Jetzt? Glaub ich. Seid ihr schon fertig? Ich glaube, wir sind fertig, ne? Ich muss noch unterschreiben. Ja, ja, ihr müsst doch unterschreiben. Ja, wer war denn jetzt noch nicht? Ja, wer war denn jetzt noch nicht? Der Jakob. Wo muss ich unterschreiben? Unten. Wo? Habe ich das? Unten. Unten. Untertitelung. Merrerer. 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 Komm sofort. Ist das doch in Ordnung? Hallo? Äh, Hauptsache es ist eure Unterschrift. Hallo? Hallo? Was denn? Vola, ich hab' selber gemacht, ja. Klenderns, was bedeuten deine Zahlen? Kann sein, dass Siemens 9 hoch 2 ist. Das ist eine Lüge. Hab ich auch schon eingetragen gehabt. Ihr seid alle müde, Chad. Ich schlaf gleich einfach im Stuhl. Da noch meinen Namen aufhinschreiben. Unter Name, Vorname, Name. Du musst einmal unterschreiben. Ja, genau. Er zeigt Stream-Elements da, der ist an oder kackt Twitch schon wieder ab heute? Versteh nicht. Ich gehe nochmal kurz alle im Bluetooth durch, ob ich das allen verschickt habe. Ja, ich bin auch ein Dummkopf, Mann. Ganze Nacht gucke ich so Walking Dead und so und dann penne ich morgens erst ein. Bis Mittagsschlaf, Mann. Mein ganzer Schlaf wird mir einfach gefickt. Ich bin aber selber schlittert, als ich abends müde bin dann. Welcher Server? Der Server, hier ist Unity live. Was macht ihr hier? Unterschreiben. Du hast was zu trinken. Dem Ari erklären, wo er unterschreiben muss. Ich hab schon unterschrieben. Ja. Ich kann nämlich einen Finger abdrucken. Ich hab nur eine Cola. Ja, eine Cola-Döse, nehme ich. Haben jetzt alle unterschrieben. Dankeschön. Da. Ja. Was? Würfeln wir um einen Chickenburger? Ich hab einen Cheeseburger. Okay. Warte mal. Ich würfel um einen Chickenburger, du um einen Cheeseburger. Okay. Okay. Nein. Willst du anfangen? Oh, nö. Okay. Ja, danke. Du hast nur eine zwei. Nein. Ich hab nur drei. Ich hab es selber gemacht. Äh, ups. Baudu. Ich schlag dich. Ich hab zwei. Nimm dich. Okay. Das ist doch so lecker. Komm, wir würfeln um 5000 Dollar. Ich hab kein Geld. Okay. Halt's Maul, jetzt nicht mehr. Du Betrüger. Okay, dann nicht. Nein, mach das nicht. Nachher ist das Dokument nicht gut. Er reicht gewesen. Gibt ihr euch? Warte. Nein, wir haben die Würfel. Ich hab keine Würfel. Lass du dich nicht. Ja. Der macht locker eine 6. Geile Sau. Komm, Beatty, wir würfeln um 10.000 Dollar. Okay. Du fängst an. Ich will mitwürfeln. Ich hab keine 10.000 Dollar. Wo hab ich denn bloß meine Würfel? Du bist nicht T-Shirt dran. Aha. Hahaha. Du bist so schlecht. Bam. Ich sag ihr Pern. Ich geh dran, geile Bitch. Das war BT. Los. Guck. Guck in die Luft. Ich weiß, wo der im Haus wohnt. Warum hat er den weggeschmissen? Weil das Dumme ist. 10.000.000.000 Dollar schuldet er mir. Komm, wir würfeln auch. Und wie viel? Ich hab keine Würfel. 10.000. Okay. Du fängst an. Oha. Maschallah, nimm zwei Würfel. Okay, geh dein Geld. Du kannst dein Geld bei BT abholen. Nein, 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 nein. Der schuldet mir nur 10.000. Ich mach das wie die großen Banken. Ich kauf Schulden und verschieb die. Nein. Du schuldest mir 10.000. Und eine BT schuldet dir 10.000. Nein. Hör deine Klappe. Ich rasiere deinen Arsch. Der ist rasiert. Achso. Na komm. Nee. Ich falle da nicht schon mehr so fein. Och Mann. BT muss immer eine 10.000. Stark. Können Sie sich immer bitte nicht so konzentrieren. Nee. Der ist in seinem Kopf schon wieder eine Mythisch Plus. Nee. Der ist in der Layer. Welche Ebene? Torgast. Ja. Spielst du das Handyspiel? Ja. Da musst du so einen Turm hochkippern. Unity Shadow Legends. Ich falle immer runter. Was? Unity Shadow Legends. Ja. Diese Mobile App. Wow, 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 wow. Wow. Was passiert denn hier? Nix. Wenn ich in mein Peach geggen wurde, jetzt habe ich selber Durst. Du Peach. Du Peach. Du Peach. Hallo, du Peach. Du Sisko. Pitch. Pitch. Putsch. Drei Bugpfeifen. Drei. Oh, wei Ja, bitteschön Alter, was für Kokoswasser, Junge Mach den weg mit Gib mal bitte dem Kollegen hier hinten ein Rot sein trinken Komm mit Zappau Ich glaube, wir müssen den Notar noch kurz Was ist ein Notar? Das ist einfach nur ein Zeuge, glaube ich Der guckt noch mal Ich habe einmal verschimmeltes Wasser getrunken Ja, und der guckt auch noch mal über das Dokument Kommt der hier hin? Ja, genau, schau noch mal Brauch was zu essen Ist alles richtig, zwei fehlen halt Ich habe meinen Finger dahin gedrückt, wie es mir gesagt wurde Was ist gebürzt? Ich habe nichts gebürzt Baba genug Ich habe nichts gebürzt Kauf dir was Was, du bist kein Abgeordneter, oder? Nein, bin ich nicht Was brauchst du essen? Brauch geh nicht, Junge, ich schlafe ein gleich Ja, ich auch Brauchst du essen? Ja Habt ihr dann Töne von den zwei verbliebenen? Weil wir können das erst rüberschicken Weil wir haben jetzt eine Sammelvollmacht Wir können das erst rüberschicken, wenn das gänzlich unterschrieben ist Dann machen wir einfach die zwei raus Und dann machen wir jetzt einfach die zwei einzelne Dann machen wir es Dann gebt ihr mir die Vollmacht Dann machen wir es nochmal woanders Der Notar kommt jetzt Der Notar kommt jetzt Dann machen sie die beiden einfach raus Haben wir es gedacht, du musst gebürzt Dann machen wir die beiden raus Die beiden sind das? Maxwell Mason und Donald Edelmann Wir würden gleich maskiert irgendwo hinfahren, ne? Ja Wir wollen was zurück dafür Weil die was weggenommen haben Und wir nehmen das uns einfach zurück, ne? Willst du da mitkommen? Wollt ihr das heute schon wieder Wollt ihr das heute holen? Mhm Bist du sicher? Mhm Aber warum heute? Weil das sehr, sehr dringlich ist Ja, aber ich bin ver... Ich kann nicht shooten, ne? Schafft ihr das doch alleine? Du musst... Das wird nicht knallen Sicher? Nein Aber ich will doch nicht quatschen oder so Ja, du musst doch grimmig gucken Aber kann ich nicht im Auto sitzen? Du musst doch nicht mitkommen So ist es nicht Wir schaffen das auch so Ich komm mit dir näher Aber ich guck mir das so an Und wenn irgendwas passiert, bin ich da Okay, dann machen wir das so Ja, wir... Ja, ich wollte dich nur fragen, ob du gleich Lust hast, da mitzukommen Ja Okay Ich weiß zwar nicht nur ganz... Ich weiß nur nicht so ganz genau, was du meinst, aber das Bild schon gut geht Na, ein Freund von uns wird was abgezogen, wir müssen das wiederholen Und das dürfen wir so behalten Okay Was, was, ähm... Pistolen Pistolen? Ja Das mit dem D, sein Deal-Typ-Ding da Hm Es war auch ein Deal, ja, aber es ist was anderes Okay, das... Okay Ja, ich komm einfach mit Ja, kommen Sie mit No, schildingen Sie halt Poldi, du hast aber weiche Hände Ja, das ist gut, eigentlich müsste die Unterschrift vor dem Notar erst erfolgen, aber das kriegen wir hin Hallo, Herr Notar Wir können alle nochmal nachmalen, das ist kein Problem Aber wenn ich meinen Fingerabdruck über den anderen Fingerabdruck setze, dann sieht das nicht so gut aus? Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach... Sie alle haben das Dokument ja... Haben Sie das selbst noch vorliegendes Dokument? Ja Äh... Lassen Sie mich nochmal rüberspicken Ansonsten fragen Sie am besten, wer jemand, der das Dokument auch hat, dass wir einfach in der Reihenfolge wie die Unterschriften gesetzt wurden Ich habe Äh, uns einmal hier an der Seite stellen, nicht den Personalausweis einmal zur Kenntnis nehmen Leute, ihr müsst nochmal rankommen Jan Klaut In welcher Reihenfolge das ist? Ich bin die Erste Ähm, genau, zuerst JJ Ich stelle mich einfach hier vorne zum Auto rüber Und dann könnt ihr der Reihe nach zu mir rüberkommen Okay, machen Sie eine Reihe JJ, Jack Jack Trulove da hinterher Nein, ihr hört zu, was die Frau sagt Also JJ Danach Jack Trulove Danach Finn Danach Phil Moore Danach Byron Takashi Danach John Evans Wie eine Schule Daniel Washington Harry Turner Jeffrey Jefferson Kendrick Moore Ich bin nicht als letztes gewählt worden Jakob Kasch Leonora Reavers Tyron Oasis Wer ist ein Teil von Oasis? Memo ist das Letzte Kannst du nochmal Filmo sagen? Kannst du nochmal Harry sagen? Ich sag nicht, was unterschrieben wird Harry Das ist ja ein Geheim Der Typ von mir stinkt richtig, ne? Was? Das riecht nach Gras Keiner ist nur ne voll machen Boah, der hat geschissen, Alter Oh, der hat geschissen, Alter Dass jeder für jeden, äh, Sachen machen kann Oh, der stinkt, Alter Warum muss ich dazwischen? Oh, iiii, Alter Noch einer Ist ja ekelhaft Iiii, Alter Kann ich Platz wechseln? Kannst du mal nach hinten weitergeben? Der stinkt Ich will auch Anwalt werden Ja, ist ein bisschen stressig, tatsächlich Ich würde nix annehmen Der stinkt Ich würde nix annehmen Aber ich wäre Beamter Äh, gibt leider Ich würde vom Richter stehen und sagen Nein! Das hilft leider nicht Dann würde ich den bestochen Da musst du schreien Dann würde ich den mit Geld bestechten Hallo Ich rufe gleich meine Ganggänger Dann brue ich den Dann kommt hier die Blutbeerbahn Ähm, mit Ähm, mit Ähm, warum? Schmeißt du die Tasche weg? Ja Das ist schön gut, dass sie die Richtung Weggenommen haben Äh, so in das Britte Wir haben uns ein bisschen unterlegen Dass, äh, ich das natürlich gleich auch beglaubigen kann Ja, ich bin noch dabei Ähm, ne, weil zum Beispiel auch Bei dem Henker, äh, ähm Der müsste seine Unterrichtung Mal auch setzen können Äh, äh Dunjo kennt sich aus Ah, ja Das ist gar nicht so gut Man sollte Sein Unterrichtung nicht Aber Sicherheitabstand ist nicht so ein Er hat sich immer bitte machen, wenn das nicht seine normale rechtsbürste Unterschrift ist Kein Herzen Ähm, ist gut Das, äh, empfehle ich nicht Natürlich Kann ich es nicht verbieten, wenn das ihre normale Unterschrift ist Aber der Kral meinte, das hat er halt gerade einfach aus Lust und Laune gemacht Ich höre den Dunjo nicht, aber ich weiß ganz genau, was der sagt Ja, der labert viel zu viel Warum stehe ich eigentlich hinter dem? Die hier Lass mal Ihr Ficht, Brüder Da wünsche ich mir statt 1,5 Meter Sicherheitsabstand Wenn ich das Gefängnis explodieren lasse Wie lange muss ich ins Gefängnis? Wolle ich's kann Frau Anwalt Äh, für was denn? Wenn ich das Gefängnis in die Luft springe Er war schon eklig Mit Kineböller Also rein technisch Mit wem redest du eigentlich? Na mit dir dahin Gar nicht mehr, weil das Ah, ich hab nicht zugehört Ich hab nicht zugehört Also wenn wir das Gefängnis kaputt machen, muss ja keiner mehr ins Gefängnis Naja, dann wird ja auch eins gemacht Ey, ich aus Nied raus Das machen wir dann wieder kaputt Na klar So ein Recht stabil Ich hab Hammer und Meister Ich bin einer von den lieben Nahten Kommt ihr in einen privaten Folterkeller Hä, was soll das Was soll das denn? Ich kenn das durch jemanden Der hat den Typen, ne? Von Fifty Shades Nee Der hat auch so einen Keller Das, das mein ich nicht, nein Sondern Ich meinte eher so richtig Viel lass dich nicht an, ey Was ist deinem richtigen? Achso In guten Tag, Namu Ich geh nicht mit Fremden mit Musste mein Herz übermalen Durfte nicht mitnehmen Warum? Weil der meinte Wenn ich jetzt nochmal irgendwann anders unterschreibe Das ist nicht mehr rechtsgültig Was wolltest du sagen? Aber ich dachte, Unterschriften darf man machen, wie man will Ich wollte eigentlich einen Schwanz reinmalen Wahnsinn Aufrücken Das läuft doch Hallo, keine Lücke im System lassen hier Das kommt einer vorgedrängt Oh, Alter, ich lieb hier halt etwa gestunden Hass Ja, ich krieg hier echt Hass Hass Nein Der Hass von dem roten Shirt Ich bin wunderschön Ich bin bei der Willy Bonkers Opis Bin der Blutwurst Gang Wollt ich mich nochmal anstellen? Gern nicht Nein Nein Ich bin echt dran, ich bin aufgeregt Das ist doch kein Vorladungsgesprüll Oh, paar Dollen fehle ich noch? Und dann noch? Hat der Stempelfarbe dafür meinen Finger abdrück? Max Und wo ist der? Ben Eingeschlafen Hukulu Heute gibt's keinen Hordeon Heute ist es der Resident Sleeper Niese Chills Alle sind am Schlafen Sind die auch schon alle fertig? Ja Ja Was würden wir nicht stehen, Danju? Das ist mein Künstlername Habe ich nicht Kacke Botz Ja Bisschen Magenkrämpfe Aber darunter steht mein normaler einziger Name Will ich mit meinem Bauch massieren? Ja Ja Korten Nee Aber dann pupst du Ja, das will ich Danke Nee Gut Dann kannst du mal Mr. Bledings fragen in der Reihe Der hat vor uns die ganze Zeit einziehen lassen Hey, das hat super funktioniert mit den Künstlernamos Hallo Ich hab Yoga im Rucksack Vorsicht Hat es klappt? Ja Der kann mir meine Unterschrift nicht verbieten Der kann so einiges Ja, ja Und das ist ein Notar Echt? Ja Was macht eine Notar? Der notariert Notte Der notiert was Naja, er ist ja quasi nur Als In seiner Funktion Als Richter Notar Oh, wie du das erklärt hast Ich hab mich verliebt Der ist geboren Oh, verliebt Die Frau ist vor, wenn wir wieder weg sind Nein, gar nicht Ich hab die Peach-Eistir Ich hab die Peach-Eistir gegeben Du bist nicht Die können nicht mehr Scheiße labern als die da drin Das stimmt Der Peach-Eistir war echt gut Habt ihr das gehört? Das war doch echt eine Gangster-Brause Da war sogar noch eine Schlängel dran an der Peach Boah, Dungeon-Dinger nicht überhaupt Ich kann mal nicht lange schlechte Laune haben, oder? Du hast vielleicht Laune? Nein, die kann nicht lange schlechte Laune bei uns haben Warum sind sie so blass? Sie müssen ein bisschen mehr rausgehen Vor allem sind wir zum Strand heute Ich bring schon ein bisschen Farbe in ihr Leben Jetzt ist die Sonne auch weg Jetzt bin ich gerade auch nix mehr Vielleicht ist das ein Vampir Ja, natürlich Da hat man deinen linken Zahn Ich hab genug Blut für dich Ich gucke, wie rot ich bin Hübsche Szene, hübsche Szene, ja Das sind meine Szene Das sind meine Szene Was passiert hier? Schöne Schlappen Super Die Seite sind Black and Yellow Ruhe Achtung, wer muss das? Oh, oh, wer muss das? Hallo 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 Ja Habt ihr Interesse an gewissen Dingen? Was für Dinge? So Outfits? Nee Okay Meinst du von so Beamten? Sowas ungefähr, ja Nee Okay Haben wir nicht Okay Okay Okay, bis dann Tschüss Wir haben fünf Autos voll mit so einem Quatsch Auf an den zu riechen Familie Beutlin Frau Anwälte mögen Sie Beutlins Kommen Sie aus dem Auenland? Ich hab haarige Füße Wollen Sie mein Schatz sein? Ich will mit mir zum Strand gehen Die Frau ist ziemlich weiß, ne? Ich hab keine Chance Ja, ich hab gesagt, wir sollen mit uns zum Strand gehen Das ist keine sexuell belästliche Tante Frau Kümmert euch um Tante Ui, Tante, du bist heute wieder so hübsch Ui Ich hab doch die Tante Das ist ne Lüge Du siehst so gut aus Machst du deine Haare wieder anders? Bitte, bitte, bitte Ja, wasch die nicht mehr, dann wird es ein bisschen fettig Ja Kann deine Haare nicht ausstehen Hab ich vom Jax gelernt Wo ist der eigentlich schon wieder? Der ist wieder in Hamburg beim Kiez Der Jax Ja Hat der mir gesagt Ich will jetzt auch so sein, wenn der Jax Das wird aufbaut Wachsen und meine Ruhe zuhören Am besten weite Stimme Tut mir ein bisschen leid Was die hier ertragen muss Das muss ich jeden Tag ertragen Der hat bestimmt schon Gehörschutz drin Fax Weil ich immer so laut schnarch neben der Ohropax, ja genau Das sag ich dem TK Der steht? Der steht Der steht Der steht Neben hier Küsst mich Geil Geil Was ist hier los? Einfach hingucken und genießen Hingucken und genießen Einfach auch So zuhören Ich hab ein Lego-Schein Eine Anomalie Gib mir Aß im Erzobus Eine Anomalie legt euch ins Haust Oh shit Eieieiei Die Marble Scheiße Scheiße Der TK guckt in die Hose rein Vom Danjo Da gibt es eh nichts zu sehen Wahrscheinlich Versuch was zu sehen Da hört man, dass du nicht im Stimmbuch warst Boah, ihr seid hyperaktiv Man hält die Schnauze Wo ist unser Gang-Hymne? Was ist unsere Hymne? Diese Hymne Sie wollen Sollen ist die Gang- Oh, sorry, falsche Nein, wo ist denn unsere Gang-Hymne? Welche? Einer von uns Wuppertraat Oder war das von den Jadis Letzter Ist die Stadt Wo ich herkomm Junge Ich steh im Garten Hallo Hat keiner die Ballers-Gang-Hymne? Achso, der G-Check Ja, lass uns Wo ist der G-Check? Hallo, wo ist der G-Check? Wir brauchen den G-Check Wir brauchen den G-Check Sag den G-Check jetzt Wir müssen uns aufpumpen Für die nächsten Kriege Ich versteh das nicht Nicht ausländisch gelernt Aber verstell deine Stimme Damit du aggressiver klingst Ja, ja Oh, schisch, Alter Man, oh, du crazy Ich bin Batman Oh, wow Hallo Hallo Falken Danke, halt die Klappe Du hast dich schon rausgesagt Wir machen den G-Check hier Was für ein Wixer Oh Oh, ja Oh, ja Oh, ja Ich hab den G-Check Wo ist der G-Check? Junge, Fien, als ob du den nicht ausländisch hältst Ich bin kein Wikipedia-Gang-Gangster Ich dachte, dein Kuseng war Bola Jetzt halt die Fresse Jungs Warte, Junge Warte, Junge Warte Ja, wir warten kurz noch auf die beiden Kollegen Ja, okay, dann raus Oh, oh, Alter Wir werden ausgeladen Ui Ui, Memo Guck mal Ja Hört, hört Wir haben jetzt ja die Sache, dass zwei euer Kollegen aktuell noch nicht hier sind und nicht unterschrieben haben Die stehen ja gerade selbst auf dem Dokument auch nicht drauf Die würden wir noch hinzufügen, die Programm und ich jetzt gleich Dass die sich morgen bei mir melden können, morgen ihre Unterschrift runtersetzen können Und wir das dann erst morgen beglaubigen würden Ja, das passt ja eigentlich auch Weil sonst müssten wir das Wenn wir das jetzt Jetzt einmal dieses Schriftstück aufsetzen und die hinzugefügt werden sollen Sie alle nochmal einzeln zu uns Ja, wir hätten das Ja, wir hätten das auch so gemacht, dass die dann einfach Einfach nur bei zwei, drei Leuten die Vollmacht haben Müssen ja nicht alle von denen auch die haben Wie gesagt, das ist auch kein Problem, wenn wir sagen jetzt mal Die beiden jetzt mit aufnehmen Die Unterschrift bleiben bestehen, wenn jetzt keiner was dagegen sagen sollte Und wenn die dann morgen unterschrieben haben in meiner Anwesenheit Dann würden wir das Dokument eben beglaubigen und ihnen aushändigen Okay Okay Dankeschön Perfekt Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend Und dann Danke schön Dankeschön G-Check Wo ist der Check los? Frau Anwälte G-Check G-Check, Jungs Wir können gehen Warte, G-Check noch G-Check nicht What? 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 Halt doch die Schnauze Ich muss kacken Dann in die Wahlen Mann, Alter, Mann Du bist du Kriegst du Fangen nur mal von neu an Was ist los? Wieso völlig süße Was ist los, Junge? Tress, Dann Du bist schraubt Was ist denn? Wir wissen uns im G-Check nicht Everything is balling Four bitches Sign in the sky And the fake bangers are falling Everything is balling The up F's down Was ist los, ihr Bitches? Was ist los? Was ist los, ihr Bitches? Was ist los, ihr Bitches? Und jetzt stürmen wir die JVA. Auf geht's. Ich muss ganz dringend hier weg. Ciao, schönen Namen. Tschüss. Gleichfalls. Ich hab ein eigenes Auto. Achso, okay. Die Polne. You shall not pass. Ui, okay, ui. Boah, ich muss zum Krankenhaus. Scheiße, warum bin ich hier eingestingt? Obwohl, eigentlich tut nicht so weh. Das tut auch nicht weh. Aber ich bin runtergefallen. Echt? Bisschen verknorpelt. Warte mal, Junipferde mal hier. Ich hab aufgeholt. Ui. Ist der besoffen? 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 ein Kai, oder? Nee. Oder Muhabe? Nee. Klar kennst du die. Du bist doch schon 30. Ja, fast. Ja, fast. Ui. Los, Erein. Druck auf Tore. Ui. 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 Oh, die Beleuchtung ist weg. Der Weihnachtsmann. Ui. Ui. Ui, na, guck mal. Maschallah. Guck mal, da rechts, Maschallah. Wo? Da. Rechts. Ui, aua. Ein krankener Wagen. Ach so. Ich stelle mir aber vor, Alter. Wunderschön. Fließt mir nach, oder? Hahaha. Nee. Grat. Aaaaah. Fuck. Kannst du da aufschreiben? Ja. Haha, der Humpelt. Haha. Boah, was für ein Akt, man. Die Stereo-Dinge, meine. Warum humpelst du überhaupt? Boah, ich bin da rumgeklettert und dann bin ich runtergefallen. Ui, wie hoch war das? Boah, so. 200 Meter. 50 Meter. Ui, da bist du blöd aufgekommen, oder wie? Nö, eigentlich geht's mir gut, aber ist verstaut. Knochen. Dann stabilisier dir das doch mit einem Verband. Mit einer Schiene? Und einem Stock. Mit einem Verband. Mit einem, einem starken Verband. Damit kann man sich das stabilisieren, das Bein. Ja, aber du brauchst einen Stock dafür. Nein. Du? Es gibt auch... Okay. Entschuldigung. Es gibt auch so Pflaster und so ne Scheiß und so Tesafilm. Ah. Ja, was? Wusste ich nicht. Was? Du kannst aber auch noch einen Verband machen, den du nicht aufrollst. Und ihr wollt jetzt gleich irgendwas wiederholen? Ja. Achso, ja. Von den Fortnite-Ballers. Geheng, geheng. Heng, geheng. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte auch, ich lieg jetzt hier am Boden. Ah, das wär gar nicht gut. Lungo, mach dein Auto auf! Aua! Das heißt, bitte. Mach! Wollt ihr da gleich alle mitkommen? Hm? Tag! Wollt ihr da gleich noch alle mitkommen? Kann ich jetzt wieder nach Azorot reisen? Ja. Schlaf gut. Schlaf gut. Grüßen sie, äh, das Thunderbluff von mir. Ja. Mach ein XP. Und den Lili da. War's Fünfi? Wer hatte denn... Wer hatte denn noch was ins Auto geparkt bei mir? War das die Saudi? Ich. Ja, top, dann nimm mal raus. Ja, quatschen wir nicht. Kannst behalten. Okay, bleib drinnen. Nee, Guardian. Sancho, Alter. Hast du einen Stock gemacht? Wir brauchen noch einen für den Druckverband. Was? Was? Ich hab nen Legostein im Schuh. Achso. Ah, die meine du was zu trinken können? Ja, ist okay. Ich bin ein Tinkepäckchen. Ich hab Kokoswasser, ist auch in Ordnung. Okay. Baaah. Ja, Essen ist ein Tinkepäckchen. Ihr fangt. Einmal verstimmelt. Danke. Ist Kokosnusswasser getrunken. Nie wieder guckst. Wo ist Essen drin? Ein Tinkepäckchen. Ich will auch essen. Tinkepäckchen. Wollen wir da hinfahren jetzt? Hm. Wohin? Wollen wir so machen oder nicht? Nein, einfach da hinfahren. Aber gibt keine Anlage? Na ja, kommt drauf an, was die sagen. Brauch ich ne Maske? Ich ruf Hase an. Eigentlich nicht. Ich würde einfach so hinfahren. Wollen wir mit Supersportkacken fahren? Ja, ich wollt grad sagen. Einfach Autos reinsetzen, da hinfahren. Wo wohnen die denn bei Cody da, ne? Ja, bei Cody so um die Ecke da. Strawberry Hills. Chamberlain Hills. Siege geben? Da haben wir genug Sportwagen hier. Weil eigentlich genug da haben. Kann ich mit meinem Auto fahren? Ja. Nein. Ja, aber müssten wir da mit 500 Mann auftauchen? Ja. Nur wer Bock hat, wie gesagt. Weißt du warum? Ich hab Angst alleine da hinzugehen. Weil die 49er Typen... Guck mal. Die Borders wollten sich groß aufbauen. Hier, dies, das. Dann gab es diese 49er. Die wurden aus der East Side rausgekegelt. Viel Spaß mit dem Moralpricht. Dann waren die an der West Side. Dann wurden die da aus der West Side rausgekegelt. Dann waren die an der Nord Side. Wurden da auch rausgekegelt. Jetzt sind die mit dem 49er, ne mit dem Ballern zusammen. Haben alle die Hands geschlossen. Obwohl dieser JP immer in seine East Side zurück wollte. Das ist ne Lachnummer. Das ist... Mann Stärkentruppe. Die müssen... Man muss... Man muss dir vorzeigen, wie das die krasser sind als die. Ach, diese 49ers gibt's nicht mehr? Das sind jetzt die 49 Ballers. Und wer sind die da in der West Side oben, wo wir waren, die wegen den Pilzen gefolgt haben? Das sind die United. Also das sind die Drips. Ah, okay. Die haben sich aber aufgelöst. Das ist jetzt aber United wieder. Ich kriege nix mehr. Das ist alles ganz, ganz kreativ und komisch. Okay. Komische Zahlen an. Komm steigen Sie in die Karne und schön. Kommt una zähl noch um mit? Ja ich darf nicht. Geh schlafen. Tuts. Du und Notharn? Ja ja. Das steht gar nichts. Irgendetwas haben die geklaut. Was für Waffen Junge. Also... Wer bist du denn? Maltes. Wer bist du? Ich bin Undercover. Wollen die bei Cody? Gegenüber. Wir sind schon reich, ne? Wir kriegen bestimmt auf Fresse jetzt. Die Flip-Flop-Gang, Alter. Keiner zu Hause. Aber warum wollen die mit allem anderen da hinfahren? Hat er dann ne Nummer von den 49er? Hattest du nicht die Nummer von den Maze? Hey, Curtis hat die Nummer. Ich hab die Nummer von den Maze. Ja, ruf den Maze an. Ich hab die Nummer vom Curtis. Ja, der Maze ist nicht, der ruf mal den Curtis an. Er soll herkommen. Geht keine Dallen. Hat jemand von diesem JP die Nummer? Ist doch der Curtis, oder nicht? Nein. Hat jemand von diesem J-Splot die Nummer? Mit dem... Ja, dann fahr zum Park. Ich fahr zum Krankenhaus und guck, ob da wer ist. Dann sag ich, die sollen mir so Bescheid sagen, wenn die da sind. Cool. Wo ist halt die Hölle los? Wo sollen wir hinfahren? Ich hab keine Ahnung, ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Irgendein Parkhaus, hat er gesagt, glaube ich. Guck mal links, das Parkhaus. Nein, es ist ein Park, oder? Ja, sieht gut aus, ja. Aber ich will nicht ein Park. Wir stehen jetzt im Kreis, bis die nächsten Bedrohung kommen. Naja, 50, 60, ich weiß. Ja, soll es ja immer noch sein. Und was haben die geklaut, oder ist das ein Geheimnis? Ja, sechs schwere Pistoten. Also, Kopfpistels, sechs Stück. Von uns haben die abgezogen. Nein, von dem. Von jemand anders, aber der hat uns gesagt, wenn ihr die wiederholt könnt ihr die haben. Ja. Also, wieder so ein Auftrag. Ja. Ja, aber kann man nicht einfach quatschen? Ach, scheiße. Ja, wir sind eigentlich zuhause. Achso, dann kann ich die Maske ja ausziehen. Und warum fährt ihr jetzt zum Krankenhaus? Ja, weil das da wohl eine Kranterei zwischen denen gab. Ja, vorhin, als ich mich umgezogen habe, wurde mir in der Schüsse gefallen. Wui. Wui. Gib mal von dem Kreis die Nummer bitte, Curtis. Was? Gib mal die Nummer bitte von dem Curtis. 5, 5, 5, 5. Ja. 8, 9. Warte. 8, 9. 2, 5. Ja. 0, 7, 7. Und mit wem haben die Ärger? Keine Ahnung. Vielleicht mit United. Hm, ja, stimmt. Da gab es Meinungsverschiedenheiten. Schon früher aber auch. Mhm. Und die Hadis hatten auch Ärger mit United, ne? Aber das ist erklärt. Ja, weil da irgendwelche von denen angeschossen wurden. Aber es war einfach nur dumm von den Hadis. Ja. Ja, die sind doch dumm. Nicht geschlafen, gute Nacht. Haben wir noch andere Nummern? Ich habe schon Nathan durchgerufen von 49ers, aber der geht nicht ran. Von diesen 49-Ballers und gehen wir so auf den Sack, Alter. Ich sagte, das ist echt anstrengend. Ja, 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 ja. Nicht so lecker. Lecker. Nicht so lecker. Ja, dann sowas in die ganze Zeit passiert. Ja, ich hab irgend so'n MJ hier. Oh, shit. Ja, dann call den unseren Telefon. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 9. 5. 1. 2 3 4 3 2 3 4 ja ich habe um two i'm so sorry that i must say you that i did not have stolen ones for you with my bagger gehört es einsteigen ich komme gleich mal bis gleich ich dachte du wärst kriminell ok wir sehen uns bis gleich so hin fahren wir gleiche straße wie im kopf ist mein nur ich drücke halt die ganze zeit escape um das inventar wieder zuzumachen wegen der sie we 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 wort sich ist ihm auch einfach die abgezogen oder so was von jemandem aus dem mc sechs pistolen bekommen entweder waren es gefechts oder herr wie das so richtig ja das hat klick gemacht man schickt kohlen kenne ich ja was hast du von dem bekommen ich wollte gar nichts bekommen was hast du denn genommen ich wollte gar nichts genommen er wollte ich gar nicht zu verteilen ist der diego hier einer von euch ist das auch ein 49 baller gang gang das geht dich gar nichts an das einzige was ihr wissen solltet und wissen dürft ist dass wir gerne fünf stück davon wieder haben wollen da können selber kommen wir wollen unsere sachen wieder haben die gehören uns also habt ihr die doch also wir können das jetzt so regeln wir können das jetzt so auf die piste wartet kurz entweder wir regeln das jetzt so ihr gebt uns unsere sachen wieder oder wir werden so eine kleine innere bindung aufbauen und dann kommen wir jeden abend vorbei und die hatten wir schon mal da bist du aus der west rausgezogen aus der north side also überleg es dir ja aber nicht wegen dir mein freund ja aber das glaubst du ja wie wollt ihr es das glaub ich der p willst du noch mal deinen arsch verkaufen aber wieso sind wofür verkaufen wo verkauf ich meinen arsch 49 ballers dass ihr euch ein mischt in irgendein scheiße wir müssen uns nicht ein wir wollen unsere sachen wieder haben das ist halt unser zeug bruder wo ist das euer zeug ja das das ist doch egal wie das verhandelt wurde aber nur weil du nicht fünf meter weit denken kannst das ist nicht mein problem kriegen wir unsere sachen wieder oder nicht wie gesagt die innere bindung wird aufgebaut lasst code kurz den ersten verkaufen ich will schon die connection ich hab bock ich bin richtig bin ja auf wallung mein herz punkt ja auch mal wieder bei den drei die da verteilt sind jungs ihr müsst im kreis laufen so hier das sieht authentisch aus sage ich euch ich habe da eine chance ist doch gar keiner hier zum breit haben es gibt auch wieder muss erst wieder sms geschrieben werden ob man jetzt die waffen ausgibt oder nicht ich hoffe ich brauche ich keine sms ich ziehe einfach mal meine waffen und heiße die ans gesicht was sagt man ein ganz mutigen haben wir hier boi geht mir alle auf den sack ne also alle die hier stehen gleichfalls bruder gleichfalls lass doch einfach quatschen und gucken dass du das so geregelt bekommst ja aber es ist dieser jp aus der east die große fresse hat da man am endeffekt nie was reißt ja dann erklärt doch mal warum das euer zeug ist nur auf die fressung kommt weil immer schwanz wird von anderen gangs ja natürlich ja jetzt stehst du hier mit zwei colors früher warst du der große jp aus der furtke oh Junge halt doch einfach mal den mund ja genau so ist das so viel sag mir was du willst und fertig haben wir doch gesagt was du willst wir wollen unsere fünf pistolen wieder haben die sechste könnte behalten weil das unser zeug ist wir machen vielleicht auch geschäfte in dieser stadt ja und nur weil ihr nicht hinterfragen können von wo irgendwas herkommt ich glaube ich nur dass die waffen aus einer ganz alten zeit stammen wo ihr noch gar nicht da wart aber ist in Ordnung ja seit wann weißt du denn seit wem wir in los santos leben bist du dumm oder sowas glaubst du grad ja ja bruder denk mal drüber nach was du grad redest ich bin von diesem stadt wahrscheinlich der onkel beim einreißer ja bis zwölf ist mittag richtig hast du richtig erkannt kannst ja rechnen das war ganz was neues wenn wir jetzt ganz große Fresse haben bei dir in der Nordics Hotel hast du nicht einmal die Fresse aufbekommen du dummes Müllkind ja das schöne ist der Großfressen steht in der dritten Reihe ja so ist das halt wir haben jetzt doch geklärt dann kommen wir nicht dann kommen wir morgen wieder na Jungs ach das alle klärchen also es wird bis morgen bis morgen ruf schon mal die Dachdecker ja same Okay. So wie ich das verstanden habe, haben die irgendwie fünf Waffen abgezogen, die uns gehören. Und erst haben sie keine und wussten nichts davon und dann davon wissen sie doch. Ja, die Waffen sind mega viel wert, ne? Sack, ja, jetzt fällst ich mal in diesem Start hier, ne? Ah shit, hat der echt gesagt? Der hat gesagt, der hat... Wir sind doch nur ein Los Santos, hey. Wie lange bist du denn schon im Start? Ich wohne ihm mein ganzes Leben schon. Der denkt, wir sind mit einem Flugzeug hergekommen. Du bist ja schon eine Woche hergezogen. Ja, ja. Ich komm gleich wieder, wartet kurz hier. Der Johnny hat mich am Flughafen kennengelernt. Ich geh kaputt, Alter, echt, ich geh kaputt, Mann. Wo ist der Jugeler? Hier, nimm den. Achso. Mann, wegen fünf Knarren. Ja, die wollen lieber sterben. Junge, der Finn kann so provozieren, ne? Ja, die sind alle... Ja, wir waren nicht besser. Die kompletten Nachtschicht ist geisteskrank, so. Ja, aber... Nicht geisteskrank, aber... Aber das sind Hohlköpfe, die muss man so... Mit dem muss man so sprechen, weil das einfach dumme Idioten sind. Die verstehen es sonst. Also, die verstehen eher nicht. Ich hab ja grad versucht, dass du deeskalieren lassen, ne? Dass die Leute darüber nachdenken, scheiß doch einfach drauf. Aber nein. Der Typ weiß seit wann wir in Los Santos leben, dass wir eingereist sind und vor eurer Zeit und... Keine Ahnung. Scheiße. Vor allem, woher soll er wissen, wo die Pustolen herkommen, der Idiot? Ja. Keine Ahnung. Also der Typ, der große Fresse hat dich schon in der dritten Reihe, oder was? Jaja. Jaja. Die ganzen Szenen, der Mutige. Was passiert hier? Was denn? Was war das? Hahahaha. Hahahaha. Alter, keiner von den Liedern hat was gesagt. Alles Gassenlose schlucken. Hallo. Wer ist denn da? Hahahaha. 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 Scheiße. Weil die sich direkt verteilt haben. Ja, ja. Ja, weil die dachten, wir kommen jetzt zum Brecher. Aber warum? Man kann denen doch erst sagen, was man möchte und dass das uns gehört. Wir sind doch nicht da, um denen zu erklären, warum das uns gehört. Wir haben halt unser eigenes Business. Soll der sich doch darum kümmern, was der... Wo der wem besteht. Und wem die Sachen gehören. Das erinnert mich ein bisschen an John Wick, den ersten Teil. Kennt ihr den? Ja, ja klar. Wo der eine Rüste den Auto von John Wick klaut und so und der weiß nicht, wer der ist. Und der sagt Müll doch überall. Soll das kommen? Und noch große Schlauze. Mach den Mund umbringen, der dreckige Dänz. Jaaaa. Das war super. Ich bräuchte ne Affenmaske. Warum sie nicht? Jetzt. Ich brauche ne Maske. Jetzt. Setzen sich nen orangenes Fleck auf. Oder sowas. John. Ist ja fast der Schleicher. Ich kann nur das anbieten. Aber ich... Also... Wir schicken einfach Hase. Jaaaa. Das ist... Das ist Plan B. Der ist doch auch schon wieder unterwegs und arbeitest und und so. Okay, warte kurz. Wenn die von Leuten im Flip Fluff weg geschossen, Junge. V8 B2. Das war ultra dumm von denen, ne? Ich sag wie das? Ja. Also ich weiß nicht. Der aber muss nicht sein. Ja? Nein, die sind doch jetzt die Allianz. Mhm. Ja, die... Die werden auch nicht herkommen. Die trauen sich nicht. Äh... Selbst wenn die herkommen, ist halt trotzdem unnötig. Selbst auch wenn wir hingehen. Wegen scheiß Waffen. Gibt doch einfach Wilderung gut. Hm? Aber die wollen ja nicht wieder Game, haben die gesagt. Damals kam... Ich glaube das war der. Damals kam der her und meinte, einer von deinen Jungs hat irgendwie Welle gemacht. Und wir haben den Max genommen und den hochgefahren. Und dann hat Max auch Fresse bekommen. Ja. Stimmt, er war schon bei. Mhm. Weil die das regen wollen, ey. Wir sitzen so Revolta und die kommen her wahrscheinlich. Passt auf. Was? Ja, ja. Passen Sie auf. Dann geh aufs Dach, Kurtis hier. Geh hier oben auf das Dach. Hast du ihr gehört? Mhm. Aua. Als ob. Piepen. Höxparty Bach. Dach, 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 Dach. Dach, Dach, Dach. Dach, 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 Dach. Ich muss pibi. Boah, das Affe ist, sich jetzt hinzusetzen. Das hasse ich. Das mag ich nicht. Das fühle ich überhaupt gar nicht, Alter. Au. Ich mach die Dachpoppe neu. Eigentlich müsste man jetzt so eine Intro einblenden von EA Sports is in a game. Warum da nicht einfach stehen bleiben, weil ich sofort weggehauen werde. Ich will ja auch ein bisschen Spaß haben. Also mich interessiert dann nicht, wer gewinnt bei sowas. Aber so Dachdingen und so. Gefällt mir halt nicht. Stimmend Scheißruf. Keinen Bock auf dem Dach zu hängen. Geht dort mit deinem Fuß? Aber ich will nicht im Dach sein. Musst du nicht, aber halt dich bereit, dass die kommen. Als ob die kommen. Ja, die saßen gerade, also sind gerade an der Linie der Autos eingestiegen, als ich vorbeigefahren bin. Also pass auf. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Ich mach das schon. Ich mach das nicht. Oh, ich bin noch Klo. Nein. Oh, ich gehe kurz. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich gehe kurz. Ich bin der Beschützer der Treppe. Wieso nimmst du keine Flasche zum Pipi machen? Nein. Das ist Bah. Nee, Badezimmer ist einfach nur aus der Tür raus, links, rechts. Pipi machen. Ui, ähm, ui, ui. Nein. Da. Input ist Pilot. Haha, jetzt fick ich alle. Scheiß, was hab ich gemacht? Haha, jetzt hab ich an. Boah, jetzt knall ich alles weg. Wo sind die Luchoro? Boah. 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 Boah, kein 4 zu 3. Hallo, ich will Kreis-RP machen. Boah. 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 Dann komm mal. Kommen gleich alle von da. Ruhe Ranjit, gegen deine BOM-Pommes. Ich hole gar nichts, Bruder, meine Zeiten sind vorbei mit Brittern. Ich bin Opa, hallo King Tonics, außerdem ist mein Charakter hat Aua, er kann nicht so schnell moven, weil du musst immer den hier machen, guck mal wie langsam das ist. Oder den hier, aber der ist verboten. Ne, das hier ist verboten. Für immer Ärger bekommen, vom Dixus. Das darf keiner mehr machen. Geheiz. Ne, Rebeet. Wo ist das? Was ist denn, sind die Cops-Zone, oder? Das gewippe, das hier, das sag ich dir nicht, was das bringt. Ich möchte nicht anlernen. Probier das einfach aus. Hacky, du Petzli. Ja, du schießt schneller damit. Das ist so eine Schwitzer-Taktik aus dem Online-Modus. Das ist so eine Schwitzer-Taktik aus dem Online-Modus. so jetzt haben wir kreis rp ohne kreis ich könnte mich drehen dann hätte ich einen kreis und ohne kreis ja vielleicht werden wir angegriffen wegen fünf pistolen die uns geklaut wurden dafür macht man dann krieg hallo ich bin hier nicht auf dem dach okay ich mache veranda rp wir spielen kein armer ja hier ist kein headshot an aber die haben eigene schadenmodell dazu kopfschuss macht mehr damage als auf brust aber da bringt bei den rage sind genix wir haben eine mega von mir kugelt Hedroh, Hedroh, Hedroh! Hedroh, 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 Hedroh! Hedroh, 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 Hedroh! Hedroh, 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 Hedroh! Hedroh, 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 Hedroh! Hedroh, Hedroh! Hedroh, Hedroh, Hedroh! Hedroh, Hedroh, Hedroh! Oh man, äh... Hedroh, 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 Hedroh! 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 Hedroh, 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 Hedroh! Hedroh, 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 Hedroh! Cool, geh mal mit m'em Skulli! Wer ist n' das? Wer ist n' das? Was denn los? U vaa tschicke flipflops an! Und jetzt sind die hier verteilt immer! Wir sind die verteilt? Wir sind hier verteilt, weil... Achso, ich dachte schon. ...wegen Dachdecken... Was für ein Dach wird gedeckt? ...und weil der Bademeister gesehen hat, dass die Molde gestiegen sind. Wir haben gehofft... Nein. Wir dachten, die kommen her, weil wir haben Angst. Wir müssen ja... Guter Witz. ...unser Leben schützeln, weil wir wollen ja nicht sterben. Deshalb suchen wir uns Deckung. Aber du hast ja oben eine echt gute Deckung, muss ich sagen. Ja. Ich beschütze die Treppe. Ui. Keiner darf durchs Fort durchbrechen. Braucht einer von euch noch eine Waffe, weil wir kuscheln ja. Bist du verletzt? Ja, ich bin vorhin runterfallen. Von der Veranda? Ja, aber du musst aufpassen, nicht, dass du noch mehr wirst. Na, ich wollte im Gefängnis einbrechen. Und? Hat geklärt. Anscheinend nicht. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns hier so... Die kommen eh nicht. Ja, die trauen sich nicht. Die denken, der Yankee packt wieder. Ah, nee. Na, die haben Angst vor uns, weil die wissen, no, die are these, no, what you big, homie. Sonst kommt Papa Reeves. Mit seiner Cringe-Berle. Oh, Cringe noch gar nicht. Hallo. Das ist ein Foto. Das Wort, ihr Mann, Tops genommen. Ja. Darum distanziere ich mich tatsächlich. Wow. PD16 hat jeden Tag bei mir angerufen. Ist das der Süße? Ja, das... Boah. Habt ihr denn jetzt still? Ich bin kurz weg. Nein, du musst hierbleiben. Du musst den Tör verteidigen. Ist sie hier ein Chippis? Und wenn... Ey, wir müssen noch mit denen kuscheln. Was? Wir müssen noch mit denen kuscheln. Wir müssen hierbleiben. Nein, ich rede von Max. Achso. Wir müssen doch den Tör verteidigen. Wir sind doch nur Gang. Gang, Gang. Alles okay, ihr Mannir? Was kann... Was kann ich für dich tun? Nein, früher war ich nicht. Kannst du bitte ein hysterisches Baby raus von Matsumov? Und ich will kein Lockvogel sein. Oh! Oh, was ist denn? Oh! 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 Ich bin kurz unten. Wir waren vorhin beim Notar, du Dude, ne? Bitte? Und du hast geschlafen. Wäre geil. Ich bin ein kleiner Müdi. Warte, was ist ein Notar? Ach ja. Du bist ein kleiner Hässlinger. Warum bist du dann jetzt draußen? Kannst gar nicht sehen, weil ich gerade aufgewacht bin. Ich muss noch warten, Tür hat geklemmt. Bis gleich. Achso. Hat der geheiratet bereits? Kann ich nicht Bandana-Crossover-Zeug machen? Warum wollen wir einfach tauschen, kurz? Was denn? Nö. Du gibst mir die Maske, ich gib die Bandana. Geht nicht. Ich würde auch gern. Äh, ja, also wir haben echt viel Langeweile, sagt sie. Ganz ehrlich. Guck mal, ich habe sogar einen Beutzutage, ob so langweilig ist. Da musst du Ugi Rezmann fragen. Der braucht bestimmt mal eine rechte Hand. Ich mag den Park nicht. Echt nicht? Warum nicht? Wir gehen nur auf Wehrlose. Und der eine atmet immer so stark. Ja, aber die sind alle Wehrlose hier. Ist langweilig. Echt? Warum? Warum? Wollen wir Würfeln? Okay, um was? Um eine Knutpistole. Um was für eine Pistole? Eine 50er. Was soll ich damit? Weiß ich nicht. Ja, voll Moch. Um eine Komet-Pistole? Ich habe keine. Was hast du denn für eine Pistole? Wir machen auch gern um SMGs. Da sind wir auch gern dabei. Oh, Wasser-Spritpistole. Also ich hätte ja noch mal ganz gern wieder eine Leuchtpistole. Damit hatte ich früher immer sehr viel Spaß. Warum? Warte ich mal warum. Kann man die nicht mehr kaufen? Nein. Nee, die gibt es ja auch nicht mehr. Ich frage jetzt warum. E-A-Sports-Synne-Game. Oh, Eischen. Boah. Ist Finn da? Finn ist da, ja. Kommen die nicht. Keine Ahnung, ob die kommen. Aber die trauen sich nicht. Ich glaube, die kommen nicht. Jetzt noch weiter zu warten, habe ich auch keinen Bock drauf. Mal gleich wird bei Codys Essen gehen oder so. Was wolltest du machen, Scully? Wollen wir heiraten? Ja, warum nicht? Geil. Boah, die sind ja wohl dumm, ne? Da steht der Typ vor uns von denen. Und sagt, was habt ihr denn mit den Waffen zu tun? Irgendwie haben die, oder die Waffen gibt es schon, da wart ihr noch gar nicht vor eurer Zeit. Na ja, sein Onkel arbeitet beim Einreiseamt so mäßig. Ja ja, ich bin hier aufgewachsen. Warte, warte, wer hat das euch erzählt? Ja, wer wohl? Ja, ich kann es mir eigentlich denken. Ja, der ist immer so. JP-Tuning-Performance. Boah, das ist echt ein cooler Typ. Ich mag den. Ja, Mann. Der ist sympathisch. Ich mag den mal, ob der mir meinen Ausweis schwarz machen kann. Zum Glück seid ihr jetzt gekommen, jetzt können wir küscheln. Ja, ja, Mann. Die wissen, dass wir hier sind, trauen sich jetzt nicht. Aber bitte, wenn die auf euch schießen, ne? Keinen Krieg gegen die machen. Nein, wir machen nicht. Nein. Wir haben auf Fehlern gelernt. Ich würde doch sowas nie tun. Meinst du, die melden sich morgen? Ja, die sagen wir auch mal, toll, was knallt. Du hast doch letztes Mal schon gesehen, wie die sich verabschiedet haben. Ich weiß nicht, oder? Die oben bei denen waren, ne? Ja. Wo ich ausgerastet bin? Ja. Die haben sich nicht geändert. Die sind noch schlimmer geworden, weil die jetzt denken, die sind noch krasser, weil die sich zusammengeschlossen haben mit denen. Haben die überhaupt irgendwie was Knatterhaftes? Also Waffenartiges, so? Ja, die fünf Gefechtspistolen oder sechs oder schwere Pistolen, keine Ahnung, was das war. Ja, das ist ja dann, ne? Nichts Atembrauchendes. Boah, das, also, ich finde den, was ist das, T20, echt schöne Farbe. Wo ist es dann? Siehst du, hab doch gesagt, der hier, all diese Autos sind nur so... Wo ist denn hier ein T20? Hinter dem. Da hinten auf dem Parkplatz hat es Danjo seiner. Der hat den auch so lackiert. Der sieht gut aus. Aber wenn die die Dinger nicht später geben, machen wir Ärger, ne? Ja. Heute noch. Heute noch? Boah. Ruf an. Bei allem, was machen die jetzt, Alter? Oder heute? Ne, morgen. Grüß dich. Heute? Heute? Oh, wir rufen wieder jetzt. Ach, Edward. Komm her, Junge, ich leck auf. Ja, ich komm jetzt runter. Ich krieg 57.000 von dir. Danke. Ich hab was gekauft. Hat drei Buchstaben, hat ein S da, ein M am vorne und ein G am Ende. Kannst du mal aufhören, nicht zu nuscheln, Alter? Nein, ich nuschel immer, Junge. Lass dir hin. Meine Fettbacken gehen halt nicht so weit auf. Lass es wie die Bessunge. Weiß es ja nicht. Okay, bis gleich, Edward. Das ist, wenn die Zunge dick ist. Guck mal, ich hab dir jetzt gerade voll das Eigelegt, ne? Ich hab gesagt, kannst du mal aufhören, nicht zu nuscheln. Ach, Junge, meine Banken sind halt fett, was soll ich dir sagen? Hallo, ich hab gerade gesagt, kannst du bitte aufhören, nicht zu nuscheln. Achso. Das heißt, ich will das so nuscheln. Achso, will es. Äh, du Opfer. Hm, achso. Aber nur ist Zeit. Ballzeit. Grüße. Tag zusammen im Bankspark. Nein. Ich wollte dich angerufen. Ach, Leute, ach, Leute. Hm. Hm. Also mir egal wann, ich bin jederzeit bereit. Ich bin gegen Waffengewalt. Ich auch. Team Arbeit. Ich bin für Kämpfen mit Pfeil und Bogen. Wo kann ich unterschreiben? Ich würde dir einen Arbeitsvertrag ausstellen. Ich will Kastanien werfen. Boah, Kastanien werfen. Boah, ich hab mal den Platz wegen der Kastanien. Das war echt rei. Was kann ich für dich tun? Ähm, boah, jetzt muss ich nur mal überlegen. Habe ich dir das Dokument gegeben mit dem, was wir vorhatten? Ja, hörst du. Ich habe auch schon eingereicht, Antrag. Beim Gewerbeling? Ja, bei der Vorhabenden haben wir eingereicht. Bei der Kammer? Ich habe dich nicht verstanden, Juri. Ja, ja, richtig, richtig. Habe ich eingereicht für Antrag für Ausbauung hier mit deinem Zeug zusammen. Genau. Da. Ja. Da. Okay. Da. Ja. Ja, ich bin verwirrt. Bist du bei euch hinten? Ich bin im Park, aber hier kann gleich Stress beginnen. Warum? Weil von uns wurden Waffen geklaut von so einer Gang. Wir sind hingefahren und haben gesagt, wir wollen bitte wiederhaben. Und die meinten, nö. Was, der wollte bitte wiederhaben? Ja, bitte. Ja, wir sind doch nett. Okay. Warum lachen Sie, der Herr? Gott, dieses Bitte hat mir gefallen. Ja, aber sollen wir hingehen und schießen? Ja, frag den, gehst du doch mal. Warum? Was ist mit denen? Ja, die schießen doch. Die schießen doch nicht. Die machen doch Geiselnahme, wenn die was schreiben wollen. Ja, aber. Musst du Geiselnahme machen. Ja, aber was haben Zivilisten? Das ist Geiselnahme Freitag. Aber was haben Sie? Geiselnahme Samstag. Aber Geiselnahme macht man mit Zivilisten. Das ist ja eine Gang. Ja, dann nimmst du einen Zivilist und dann forderst du von der Gang, dass du Wappen wiederherbekommst. Ansonsten bringst du Zivilist um. Meinst du, das funktioniert? Ich muss gerade anhalten, das ist bei euch ein Unfall. Meinst du, das funktioniert? Ja, du kannst versuchen. Versuch es einfach. Boah, das ist mir viel zu anstrengend. Ich habe lieber Bock, wieder zwei Wochen Urlaub zu gehen. Was, warum willst du in den Urlaub gehen? Warte. Komm mal mit. Ich glaube, ich muss auf für den Movie. Warum? Hast du Geiseln gewonnen? Oh, ich glaube, es knallt. Ja, meld dich nachher noch. Komm, ich helfe dir, mein Kind. Okay. Bis nachher. Bis später. Bis, komm, komm, komm. Achtung, Achtung. Achtung, Feuerwehr. Kann sein, dass die kommen. Also, dann gehe ich auf meine Treppe. Kann sein, dass die aus Richtung Parkhaus kommen. Die Alice haben gesagt, die haben da welche gesehen. Den haben Parkhaus. Ja, dann lässt du da hinrennen. Ja, dann lass hinrennen. Kannst du rennen? Ja, bisschen, ne? Humpeln. Kann. Ja, okay, dann komm. Ich komme dann als Backup. Geh mal schnell durcheinander. Schokomoffeln. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin da eine Polne. Ich klär das alleine. Ich bin Kürbel. Okay, dann gebe ich dir Deckung. Ich bin Kürbel. Ich bin Kürbel. Ich lusche. Straßen sind lau, weit und breit keinen Zaum ist. Nur ich, mein Pistole und mein Tinkerpäckchen. Und meine Nase, die zu ist. Bimm. 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 Es rippelt im Karton. Ja, meine Nase kaputt. Binge zu viel Schleckerei. Ich weiß auch nicht, warum die mir zu ist. Obwohl jetzt grad geht. Ach jetzt, ja klar. Die ist zu, weil ich mit Körte Stimme mit Nase rede, so ne? Da ist dann mal Unterdruck. Und dann mach ich immer... Polizei, dein Freund und Helfer. Küsst dir auf den Mund und hilf dir selber. Hallo, Kiki. Hallo, Kiki. What a piki. 016 won't money on the map. Geh nix, ich geh nix. Hallo, Kiki. Hallo, Kiki. Kannst du mir ein Schmetterling auf die Nase tätowieren? Bitte? Ich möchte hübsch sein. Hallo, Puma. Du Boulder. Napperskind. Mir geht's gut. Glaube ich. Aber Schmetterlinge machen keine Liebe. Boah, ich bin heiß, mein heiß. Oh. Oh, Bebe. Was machen die Sachen? Wir brauchen unseren G-Check. G-Check? Oh, bitches. Wollen wir nicht dahin? Wollen wir nicht dahin? Also... Wir haben irgendjemanden, der die spottet. Muss mal mit Johnny reden. Ach so. Die sind grad nicht bei sich. Ach so. Aber ich weiß nicht wer und wo die sind. Ach so. Na gut. Oh. Oh. Mela. Geht ihr jetzt zusammen oder was? Mela. 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 Das klein stinkt ja. Da. Hallo? 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 Kannst du mich hören? Ja? Nimm eine Knarre in die Hand. Wir haben Stress. Mit der ganzen Stadt. Aber ich hab dir nichts... Ach so. Mit der Stadt. Ja. Kann sein, dass gleich welche kommen die uns verkloppen wollen. Verkloppen. Okay. Okay. Lad deine Waffe. Ich... Meine Waffe? Entsichere deine Waffe. Entsichern? Ja. Äh. Ui. Ui. Jetzt hau mir dein Fuß ins Gesicht. Äh. Okay. Let's go. Wir gehen in den Krieg. Ja. Wohin gehen wir denn? Weiß nicht. Oh. Oh. Hallo? Hä, was geht ab Curtis? Hä, was geht ab Curtis? Äh. Pass auf Curtis. Ähm. Gegenüber auf eurem Park stehen schon Cops, weißt du? Die gucken schon Curtis. Warum? Warum gucken die meine Bilder? Ja. Wir haben nix gemacht. Weiß ich nicht. Aber die gucken da schon. Nein, die sind Verwahrstelle. Ja, die stehen auf der Verwahrstelle aber mit Knarre und gucken, oh, was soll ich Junkie packen? Ja, weil es riecht hier nach Stress und nach Sex in der Luft. Ja. Geben sie mir das Geld, Therese. Ja, Curtis. Wie gesagt. Wir haben Ärger. Wir brauchen eine Hilfe. Bitte. Hahaha. Okay, danke. Ja, was ist eigentlich los für euch? Knall das für euch nicht oder was? Weiß nicht. Diese komischen Bowlers Typen haben jemand abgezogen. Fünf Waffen. Die gehören uns. Wir sind hingefahren. Wir haben gesagt. Können wir die Bittebilder haben? Und dieser eine Typ meinte, nein, der Gott. Ich glaube, das riecht nach einem Brett, Curtis. Das riecht nach einem Brett. Ist Haze auch da? Boah, ich weiß nicht, ob der hier oben rennt. Ich glaube, der will arbeiten. Das kann sein. Freue mich schon. Wenn Hase kommen, ist eh vorbei. Hase an die Schnauze. Der schmeißt mit Handgranate. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich muss jetzt auflegen. Mach das, mach das. Ich muss meinen Posten auf dem Dach machen. Ich grüße meine Oma. Gute Nacht. Tschüss. Mela. Ja. Ui. Ui. Hast du die Weihnachtsbäume alle weggemacht? Ja. Okay. Warum hast du Internetkabel gezogen? Hättest auch sagen können, dass ich rauskommen soll. Ich habe den nicht gezogen. Jawohl. Nö. Jawohl, wohl. Nö. Ja. Außerdem guckst du immer die Schmolle-Filme. Ui. Komm. Wir müssen uns verstecken. Das ist hier eklig. Also warum würde ich das machen? Solche Filme schaut doch kein Schwein. Du guckst immer Bibi und die fünf Huren. Huren. Wo gehen wir hin? Schutz suchen. Schutz. Aber wo ist es sicher und wo ist es nicht sicher? Ja. Also. Hier ist nicht sicher. Hier ist nicht sicher. Und wenn du so machst, schonmal gar nicht. Schonmal gar nicht. Hier ist sicher. Hier. Hier ist sicher. Ja. Also stehen wir hier. Ja. Ja. Und wenn die Kugeln kommen, machst du so. Alles ausweichen. Das ist eine schöne Mauer, ne? Ja. Ja. Aber die ist komisch. Tolle Arbeit haben die Leute geleistet. Wow. Hm. Das ist eine Mauer, wie ich mir eine Mauer vorstellen würde. Nicht zu eckig. Nicht zu rund. Ja, ja. Steine sind drauf. Steine müssen eine Mauer sein. Und die wackeln auch nicht, ja. Hm. Eine tolle Mauer. Ja. Und vor allem ist die gerade, ne? Das gefällt mir. Ja. Die ist 1a gerade. Ja, gerade. Also kommt darauf an, wie man gerade sieht, ne? Eigentlich ist es ja auch irgendwie schief, aber schon gerade. Aber was weiß ich schon. Ich meine, das können andere wohl besser sagen, wie Leute, die sich echt anstellen, was gerade ist und was nicht. Also ich sag die ist gerade. Alles. Hast du schon wieder Berliner gegessen? Berliner? Warum ist dein, dein Mund so weiß? Äh, ich hab mich geschminkt. Du sollst dich doch nicht schminken. Aber ich wollte doch auch... Guck dir nicht immer die Tutorials an. Aber, aber... Bibi hat gesagt, das ist schön. Bibi ist eine Hure. Ja, aber die macht Mikup. Was macht die? Mikup. Mikup? Mikup. Mikup? Make me up. Und Pitpaka. Pitpaka. Ich stehe hier schon seit sieben Stunden alleine. Oh, das klingt spannend. Ja. Ja. Ich war schon auf dem Dach. Auf dem Dach? Ja. Ist sauber da oben? Da oben sind Leute auf dem... Wo? Da vorne, da oben. Ich kann die genau sehen. Da vorne, da oben. Ich kann die genau sehen. In meinen Augen. Ich kann die genau sehen. Ah, ja, ja, ja. Und mit wem haben wir Streit von ganzem Staat? Bart, ich muss Telefon. Oh ja, ich auch. Aber ist klar, dass die Bilder nicht an sein Handy dran gehen. Ist klar. Was für Tink, ich hab ganz dolle Durst. No, ich hab nix. Da muss ich was holen gehen. Da muss ich was holen gehen. Nein, da... Hallo? Ja. Bei uns gegenüber auf diesem Parkhaus sind oben Leute, ne? Das sind Yaris. Ach so. Haben die Logeplätze? Ja, ja, ja. Okay. Wollte nur Berichterstattung machen. Oh. Ich danke. Dein gut Adlerauge hast du. Ja! 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 Buster Wally! Ich hab aber mehr Durst. Ich muss kurz... Nein... Große Gewicht. der gefährt nur einen spitznamen kleine dreckige pifke warum hast du eigentlich nur kappian bist du übergelaufen zu der blutwurst so wie wir das so mit knallere darts benutzten sicher ist sicher man weiß ja niemand die machen meinst du ich glaube dass man sind die denn zu uns per deutsch war klar dass jetzt keinem kommt das ist bestimmt einer mit dem cityroller abgehauen habt ihr den gesehen das mit dem cityroller abgehauen ich hab hunger ich brauche flipflops das klingt einfach das muss ich unbedingt probieren willst du meinen daumen lutschen darf ich ich mach um mail drauf ich mag wenn ich darf hallo natsuma chat ist müde und sagt geh nix alles butz und das neue pockchamp ist hässlich was 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 ich hab mit mir selbst geredet ich hab mit mir selbst geredet das kräfte der kate auto 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 alle auf den dächer wir hinlegen ok wir werden uns tot Hast du dich immer noch nicht verarzen lassen, Gretel? Nö, mir tut doch nicht so weh, aber es ist ein bisschen verstaucht. Okay. Jetzt rufen wir einen Krankenwagen zum Cody. Können wir beim Essen auf den Wagen. Haha, Pockchamp. Ey, das ist ein Arschloch. Ja, ist auch. Aber dafür haben wir alle 24 Stunden coole neue. Ja, 24. Ja. Diese Lämpfe und so Waffen geben. Sieben waren das, ne? Oder 14? 28. 35. Ja. Und 15 SMGs. Als du gesagt hast, welche Waffen hättest du gesagt? Na, die sieben. Hallo. Wie, ich denke fünf. Nee, die neun. Ich will hier durch. Drehen. Mille, was heißt, ob ein Mensch mir zwei Schmetterlinge ins Gesicht hat, wer? Schmetterlinge? Mhm. Okay. Aber die haben beide nur einen Schwanz, ne? Mit Adern. Da musst du deine Temperatur messen. Dann ist okay. Hahaha. Mille, was ist mit dir? Hallo? Bist du sauer? Du bist so ein Blit. Hahaha. Haha. Hahaha. 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 Haha. Ich kann nicht... Was? Irgendwie habe ich, glaube ich, meine Sachen verloren. Welche Sachen? Komm! Was für Sachen? Na, alle meine Sachen, die in meiner Tasche waren, sind verschwunden. Hast du die Hose gewechselt? Nein, in meiner Tasche auch. Alles verschwunden. Why? Außer der Käsekuchen. Hast du nur eine Knarre? Nein, habe ich nicht mehr. Aber ich hatte eine, aber ich komme... Da! Was? Ey, Knarre raus, wir rennen in die Hurt rein. Schnell! Schnell! Ja, toll! Ist angeweilt, go! Aua! Aua! Oua! 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 Wow. Hm 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 hm. Komm, beide liegen, beide liegen Hiiii Diego Hm? ok naja dann mit dem schmerzen durchziehen dein schädel muss man nicht mehr ausspielen während während wo wer sind die auf dem modfeld weiß nicht das sind die bestimmt die pass auf die ranz verziehung ich habe mich schon auf das essen gefreut bin ich so schnell Und Mila ist nur bei Koldis. Stell die Essen für uns. Was weiß ich, was die macht. Lass mal die Masken abnehmen, ne? Nö. Auflassen. Geht in Strahlen. Schaut mal nach Mila, die geht nicht ins Telefon, die war bei Koldis. Nein, nein, die ist bei Koldis, die hat ihren Waff verloren und da ist alles gut. Die sind alle weggefahren, die Jungs. Wer ist weggefahren? Demba! Hallo! Was sind denn die Angler? Weiß nicht, was geschieht? Die sind gerade weggefahren. Weggefahren. Was geschieht? Wo seid ihr hier gefahren? Schießerei! Warte, dann mal halt die Klappe! Ja, Guffi. Wo bist du? Wir bauen uns am Park, sag dir vor. Okay, ich bin mit Auto unterwegs. Ähm, fahr mal nach Koldis, irgendwo muss Mila sein, pack die mit ein. Ich glaub, die ist schon am Park gerannt. Achso, die ist schon am Park gerannt? Ja. Ah, da hörst du mir zu, ne? Du Hure. Ruf mal Pfinner an, die sind irgendwo hingefahren. Okay. Hol mal ein Auto. Hol ein Auto. Was geschieht? Wir haben Ärger. Mit wem? Mit so Gang und dann so die Autodings und knarren und dann, wie gesagt, fahren Koldis essen und dann losgerannt und dann, ja, 10 Sekunden Brett und alle waren weg. Ich hab keinen Mund. Was? Ich hab keinen Mund bei der Maske. Doch. Ich hab Hunger. Ja. Ja, wir müssen nachher essen gehen. Nachher essen gehen? Jetzt müssen wir erstmal unseren Standpunkt vertreten. Ohne Mampf kein Kampf. Doch. Nö, ich bleib jetzt hier sitzen. Nein, du kommst mild. Aua. Aber ich hab... Boah, Ecker, wie gut du. Wo sind die hingefallen? Ich bin dicker. Weißt du wo? Schoko? Äh, ne, was? Noch nicht. Der ist wie ein Tyrannosaurus Rex. Äh, wohin? Da fährt ein Bilderauto. Ist das von uns? Ja! Auf die Cops knattern! Nein! Nein? Wir werden verfolgt. Aber gab Fleck. Das sind so Kuschelboden. Äh, polizeiwagen hinter dem, äh, kann man lang. Der ein Fleck wurde gepisst. Ich weiß nicht, wer Freunde und Befeinde ist. Gehst einfach auf alles, was nicht in diesem Auto sitzt. Du solltest dir mal über den Apfenmasken ziehen, du Dude. Davon ist gefiel. Wir hauen jetzt aber nicht Apfanzosen, ne? Nein. Wir stayen there. Wer seid ihr? Wer bist du? Wer bist du? Wieso antwortest du denn nicht im Funk, Schoko? Äh, mach ich die ganze Zeit, aber du antwortest mir nicht. Ich hab einfach gefunkt. Ach du, polizeiwagen fährt rückwärts hinter unten. Der wird abgeschleppt. Guck mal im Rückspiegel. Die Dude. Wo sind die anderen? Ich weiß nicht. Wo sind die anderen? Kann wir tanken. Der Tank ist fast leer. Ja. Sind sie aufgeregt. Ja, dann lass... Lass uns den Minikon gucken. Ich glaub, das ist die Laura. Ja. Laura, du hast großen Mann. Und hast noch keinen Mann. Doch, den Onkel, ne? Ja. Oh, nie. Schnapp das Geld. Ich kann das bezahlen. Kurt ist es bei mir. Laura. Ich bin mit Damba. Pass auf. Ich denke. Was? Das war, glaub ich, Jamestown. Jamestown. Der Leder ist da. Nein, wir sind Brune. Was war das mit Leder, ne? Nein, nein, Brune. Hey. Joko Streusel, der Tank ist fast leer. Genauso wie mein Magen. Lass uns mal andere Karel nehmen. Was hast du da? Ja, alles andere Schöpter. Ich kann aber keinen anderen Magen nehmen. Äh. Lass das mit Wursteln, Juni und so. Ich weiß es nicht. Also wir sind jetzt am Park. Kommen die auch zurück? Wir sind im Kleidungsladen. Unser Team ist schon. Ach so. Komm, endlich zurück. Könnte ausstehen. Ja. Ich muss einfach hier um. Ich zieh mich gar nicht um. Bein Essen für mich. Hallo. Habt ihr ein Essen für mich? Ui. Das war meine erste Schießerei. Ich habe nicht einmal einen gesehen und konnte nicht einmal schießen. Ich bin zu spät gekommen. Danke dir. Bitte. Irgendjemand hat mich geboxt oder so. Oder ich wurde getroffen. Wird so über Profi? Habe ich sogar noch eine dabei, wieso? Mahlzeit. Oh, ich weiß sogar was besseres. Komm mal her, Curtis. Gib mal was. Gib mal was. Ja, komm mal her. Den einen. Ja, bleib ruhig stehen. Das reicht schon. Top. Ich krieg zu wenig Arbeitslosengeld. Keh nicht, keh nicht. Das sollte reichen. Ja? Null. Ah. Dein Arm blutet, ne? Zeig mal. Aber ich mach Verband. Was zum... Ja, ich hab... Ist nur Kratzer. Lass nicht drüber reden. Alles gut. Weißt du, ich bin kurz... äh... kurz gedreht... vergessen. Siehste? Was, Junge? Was laberst du, Alter? Ja, top. Alles klar. Einwandfrei. Linke Arm. Geht sie gut, mein Cousin? Guck mal da. Hab Verwundung. Oh nein. Linke Arm. Aber nur ganz leicht gestriffen. Mua. Jetzt hört das gut. Das Momokuss. Was? Ist Milan nach Hause gerannt? Ja, die ist nach Hause. Ja. Ich auch reinrensinnend. Mua. 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 Mach weiter. Weiter unten. Nein! Wir sehen eine Familie, das ist in Zersto. Weiß jemand, wo Bademeister und so ist? Und Juni? Er ist, äh, umziehen. Wir sind noch ein Kleider dran. Achso. Wir sind alle zusammen. Ey Scali, schön. Kann man das nur so vor der Bande spielen? Danke. Das waren nicht viele, glaube ich, oder? Ja. Da haben wir das nur so vor der Bande verpasst. Ich glaube, ich habe fünf gezählt, die da waren. Hä? Wir gehen doch immer nur auf die Schwachen. Ist doch nicht schlimm. Ach, schlimm. Ja, logisch. Was? Jemand Bock auf eine Suchuk? Was? Chuchuk. Boah, geil. Was ist das? Aber ich habe jemanden gesehen, der weggerannt ist. Ja. Ich bin echt hinterher gelaufen. Ja. Ich hätte mir das echt gerne angeguckt, ne? Aber da kam so ein Typ, der hat mich Fanboy genannt. Achso. Boah, was dachte du da? Ja, dann hat er gesagt, das hat er nicht zu mir gesagt. Damit ich weggehen, hat er nochmal Fanboy gesagt. Boah. Das ist eine wilde Nummer. Dann habe ich ihn auf ihn eingestochen und er ist weggerannt und hat geschrien, Hilfe hier wird gekickt. Boah, Glücklich. Bitte was? Ja. Das war sehr verrückt. Hast du denn wieder geschrien? Das ist nicht Kicken, das ist Stechen. Nee, nee. Ich. Ich hatte einen Codys abgestochen, deswegen musste ich wegrennen, weil, äh, denkst du mir, wenn er Machete hinterher gerannt ist. Das ist, wenn die jetzt Freunde holen. Was für Freunde? Dann haben die auch Freunde. Die haben keine. Lass auf die Dächer. Ja, die haben keine Freunde. Ja, wenn die Freunde holen, dann kriegen wir wieder Geld. Mach dir keine Sorgen. Ich will aufs Dach. Da fühl ich mich sicher. Nein, das ist kein Dachstecker. Oder hast du zur Ausbildung? Ja, aber du hast angerufen, was? Ich habe so das Gefühl, wenn ich hier auf meinem Handy gucke, die kommen gleich. Was? 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 Was lang warst du, Junge? Ich weiß es nicht genau. Ich habe Hunger. Die kommen nicht. Ich bin hungrig. Gungo. Gungo. Hübsches Outfit. Was? Das Familienoutfit. Oh, Mädchen, du hast ja schöne Haare. Ja, oder? Ja. Oder machst du Schwabbel? Ja. Beide. Oha, hallo. Verzolltes. Hiiii. Wie ist denn hier alles? Du hast auch schöne Haare. Dann war Knutsch. Dankeschön. Soll ich mal zeigen? Ja, bitte. Soll ich jetzt durchzählen? Ich dachte, das ist Moses. Ja. Ah nein. Wo ist Moses? Ne, das Giffy. Hi. Hallo? Ja. Uiii. Ups. Jetzt mein Lieblings-Foot an. Dieses Frettchen. Dazu fehlt die schnelle Brille. Die ist ausgekauft. Ich habe glaube ich nur eine. Warte. Ups. Was denn? Brille. Eine Brille? Eine Brille? Ja, so eine. Ja, komm her. Du kriegst erstmal deine Brille. Ja. Ich bin hier, John. Hinter dir. Schmeiß nach hinten. Ich fang die mit dem Mund. Zeig mal. Ich bin ein Piranha. Die leben in Amazonas. Und im Rhein. Und im Rhein. Im Rheingeprauchte Reines. Ja. Wo ist denn der Rhein? Das ist in der Nähe von diesem Superschale Ghetto. Von Rhein-Main-Gebiets her. Ah. Ja. Ah. Das ist da bei der Wupper. Ach so. Ja. Egal. Ich gehe nach Hause. Warum das denn? Warum? Ist doch gerade gemütlich hier. Schön heiß. Ja, du bist doch zu Hause. Hm. Hm. Schiech, Alter. Schiech. Crazy. Aber warum sind wir jetzt da rübergerannt? Weiß nicht. Ich hab verpasst. Ich hab verpasst. Habt ihr was gemacht? Ich bin doch Mitläufer. Weil Sport gut tat. Habt ihr die Hände geknallt? Bitte? Hm. Habt ihr gut gemacht? Danke, Schwachen. Wir gehen halt immer auf die Schwachen, ne? Quatsch. Ja. Wir haben damit weggestochen. Ach komm. Das wissen Sie ganz, dass ihr das wart. Ich wollte zu Codys was essen. Ja, da liegt eine Leiche. Aber ich hab bei Codys diesen einen gesehen mit dem Motorrad, ne? Der hast du weggefahren. Den hab ich auch gesehen. Ich wollte eigentlich auf den schießen, aber ich wusste nicht, ob der zugehört. Der hat einfach zu uns dreckige Fanboys gesagt. Was tragen die für eine Farbe Rot und? Lila. 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 Boah. Boah, das sieht ja aus wie eine Tomate da. Boah! Ja, aber wo ist denn eine Tomate Lila? Ja, du Stängel ist Lila. Ja. What a Fumplein bist. Ja, stimmt. Jig. Jig. Ohhhh. Jig. Crazy. Oh. Ihr seid verrückt. Es ist gut, wieder die Quotes in der Lila. Du bist verrückt! Guck mal deine Haare an Schwabel, dann weißt du, was verrücktes. Ach, guck dir dein Gesichter an nach, ey, ja, scheiße. Wir sind Flash-Familie, ist das genauso hässlich. Ja, wir sind Familie, ja, 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 auch. Aus dem aus dem dicken Bau. Ach, auch. Fabian, kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Warum nicht? Komm schon. Was willst du? Hör auf zu sabbern beim Reden. Ey, wie darfst du mich so schabt? Einen dicken, wer ist das? Dicken Kanal. Ja, ja. Ja, ja. Hast du ja was zu essen? Nein. Wir wollten ja gerade gehen. Also ich. Ich wollte eine Leiche. Eigentlich wollten wir essen gehen. Lass doch Leichenschmaus machen. Ja, Mann, lass einfach den Kreis nach Colis verlagern. Die stehen hier morgen mit 20 Mal. Und keiner von uns ist da, einen zu treffen. Oh, morgen wollte ich Film gucken oder so. Oh, ich glaube, ich habe Bauschmerzen. Mein Fuß tut weh morgen. Ich auch. Ich habe schwer anzustoßen. Ich muss morgen rumdeffen. Ich habe zu Hause was zu tun. Ich habe zu Hause was zu tun. Ich habe zu Hause was zu tun. Oh, ich habe es für dich so sehr. Davon sollten sich andere ein Beispiel nehmen, Number. Ja. Ich habe wenigstens einen Job. Ich bin bei... Ja. Ja. Ist du selbstständig? Ja. Du bist dann rumdeffen. Ui. Ich habe Kredit aufgenommen für meine Firma. Bist du die Firma? Professioneller Daffer? Ja, professional. Botanik. Der heißt... Zylinder und Co. Alles fürs Auto. Aber ich mache Dafferarbeit. Stabil. Ui. Stabil. Stabil. Kannst du uns auch mal was treffen? Stabil. Ja klar. Was soll ich haben? Bänke? Stühle? Ich möchte einen riesen Fass Poipoi. Das kriegen wir hin. Du weißt ja wo ich wohne. Komm morgen vorbei gegen zwölf. Oder Fischpillen. Aber nicht früher. Später geht aber nicht früher. Gegen zwölf. Was passiert, wenn man gegen elf kommt schon? Ja. Dann fliegt Schlappen. Mh mh. Fenster sind kugelsicher. Die sind sich aber lang um zehn, ne? Wenn wir einmal einen Flipflop riechen. Ja, Phil hat gerade angerufen. Die sind auf der Wecke. Ja. Klar. Ist das so schnell one off? Die sind zwei komischen Motorhäder. Gehnten aus zu dem. Ja? Ja, die hatten Partys. Der hat gescoutet. Wir sind an denen vorbeigelaufen. Die haben nichts gemacht. Ja. Die hatten Angst. Der hat gerade seine Freundin abgeholt. Ich hab nicht mal ne Maske auf. Ich auch nicht. Da lag ja auch kein Schuh. Ich hab nicht mal richtige Schuhe. Ich hab nicht mal richtige Schuhe. Ich hab nicht mal richtige Hose an. Ich hab nicht mal richtige Hose an. Du bist nicht umgeknickt. Mit Flipflop und Badehose bin ich da hin. Ich brauch auch Schlappen. Also seid ihr schon mal mit Flipflop so nach vorne umgekippt? Ja, Digga. Nein, die sind bei uns alle festgewachsen, weil wir so dreckige Füße haben. Reißt du der Zeh auf? Das riecht ruhig. Oh, wild. Ich will den Daten gehen, den war Knutsch. Meiner ist größer. Ja, ich will die auch so alles. Meiner ist größer, glaube ich. Pfff. Pfff. Ne. Tchuuu. 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 Was wollen die Bullen? wo fangen wir alle hin hier macht das drauf das hilft muss ich streuen auf wunde das hilft bestimmt was hast du gegeben so power getränkt darf ich jetzt power mit gezwirbeltem strohhalm dass du ohne wäre doch langweilig hallo grüße wo ist mela es geht ja durch schätze lang geht sie gut hallo hallo geht es allen gut ich glaube schulen ja das ist doch schön zu hören wir sind im park ich habe mit finn noch mal einen kleinen ausflug gemacht okay wir kommen jetzt auch wieder zurück habt ihr noch welche kunden leider nicht wir haben uns angefasst wegen der erotischen stimmung wenn du mehr willst kostet die stadt war spürst du das lange hart in dem nacken dann wo die gecatcht oder was mit der passiert nein mila ist nach hause gerannt der durchfall ich komme mit dem stress nicht klar ist sicher die ich glaube die hat schon mal durchfall ich kann euch zu 100 prozent versichern dass ihr zu hause gegangen ist ich hab sie im park gesehen wie sie in die tür gerannt ist alles gut jungs alles gut die hatte die hand am am hinterm ich glaube ich habe wirklich durchfallen das ist wir sind noch zurück zurück da kommt ein taxi hallo warum schiebst du mich ja pass auf ne finn guck mal wer den selben anzug an hat wie du und das war nicht abgesprochen oh wild alter wer ja warte kurz ähm finn ja ich hab ähm hast du noch einen taser ja philly musst du ihn fragen super das war bademeister ja bis gleich hey tja kach 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 ihr seid zufrieden und welche kach oh mein god ich habe gesagt kach guck mal weil ich finde ja eins zu eins den selben anzug an und nur anderes anderes T-Shirt jo wo bist du jetzt bin ich wieder müde uch auch ey scully was machen wir heute noch schönes geht doch im wordpool wie wärs auf dem shops scully ich hab dich vermisst bruder ich habe heute schon dings automaten ausgeräumt und ich krieg die farbe nicht mehr ab danke finn was für automaten Geldautomaten 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 ich hab jetzt wieder Zeit für tinglepatchen damit wir auswachen wenn du den voll ausräumst so 10.000, 9.000, 10.000 wie dauert das lange komm doch an wie du dich anstellst 3 minuten naja finn und tk sind ein paar im fähig ich hab so 60.000 insgesamt gemacht heute wow wohl einmal 10.000 kriminelle schulen und siehst aus die farbe und siehst aus die farbe und siehst aus die farbe hallo wir sind die detektives oder auto ach ja müssen wir gleich machen ich fühl mich heute richtig rostig ne willst du mitkommen oder soll ich alleine hochfahren ich komm mit hoch ich glaub ich geh ins bettchen gleich ich hab auch wunde ne ja schein schutz gute besserung okay dann komm warte ich geb dir noch warm um gehst du schlafen nein wir gehen hoch zum doj ach warum was denn ach mit max ich geh nach hause ich hab was verpasst nein güffel du bleibst noch bye bye ich bleib bleib besser noch bis so 5 nach 11 bleib hier 5 nach 11 okay wer fährt zum krankenhaus wir ich komme wir fahren nach omen nach palito ne ja ich dachte wir fahren zum doj nein palito ich dachte auch wir fahren dann darfst du mich und max das machen ja wir werden bei uns wer will mitkommen zum krankenhaus du musst noch jemand zum krankenhaus wir nehmen die rebler du musst noch jemand im krankenhaus Reb wo ist Mila die hat durchfall dich nach hause geholt ah ok ne ich glaube es gibt eine serverregel nach action du zumindest eine halbe stunde nur da bleiben musst damit die gegenpartei sich nicht hast du einen schreiffluss gegen angriff machen können die aber nur ganz ganz will ich hab bisschen blut und wegen meinem bein ne und ich bin gerannt jetzt tut das weh irgendwie so 30 minuten müssen wir bleiben irgendwie so 30 minuten müssen wir bleiben irgendwie so 30 minuten müssen wir bleiben hallo monster mir gehts gut schuf dir auch wie nur so wenig tinkerpättchen heute ich hoffe oben ist nicht so viel los wie hier unten in der Stadt das gibt morgen richtig Ärger ne von denen meinst du mal schauen ja ich weiß wir haben den noch verfolgt bis zum Waffenladen am Stadtpark aber dann hat mich fast ein Helikopter mitgenommen dann dachte ich ja ich hau ab polizei helis sind ganz schön tieflieger ne sind die durch den tunnel geflogen? ne aber fast Ui Memo guck mal Wurrst du angeschossen? ne das zum Glück nicht aber ich war auf dem Dach von denen drauf und ich bin da bisschen hektisch runter gesprungen was mit deinem Streifschuss ist der aber eine von Ui hat geschossen und ich bin ich stand so vor dem aber ich hab das nicht gemerkt als er im Park war ja hat dort mal ein Lied hat gekickt ist aber nur ganz bisschen Blut hab auch schlimme Verband rum gemacht aber mein Fuß wurde hier weil ich die ganze Zeit gerampeln ich wusste ja nicht dass wir da rüber rinnen ja gerade kurz hin äh ja mit dem Fuß die sollen gleich irgendwie eine Salve geben oder so hoffentlich der ist bisschen dick sag nochmal Finn jetzt du weiss gehörtest doch oder nicht ja ja ok jo ich wunders ja dort die nicht willkommen sind wir haben standen ja schon am Parkhaus oh hier wird wieder was überfallen oh guck mal die sammeln sich doch schon vier schwarze Jeweler ja ich hab so das Gefühl dass da gleich wieder der Baumarkt gemacht wird mhm ich glaube da sollten wir mal die Polizei anrufen ja wir sollten vernünftige Bürger sein rufst du die Polizei? ich ruf schon ein ok die Leitstelle des Los Amtors Policipartner sie sprechen mit Officer Harris wie kann ich ihnen helfen? hallo hallo ich bin halt auf dem Weg ins Krankenhaus ja und wir sind an diesem Baumarkt vorbeigefahren und davor stehen vier schwarze Jewelers vielleicht wollen die es wieder überfallen ja ok am Baumarkt Osthighway ja da müssen sie vielleicht mal gucken aber vorsichtig am Osthighway ja ja genau ok ha ich hab die verpetzt haben die gesagt die fahren hin? ja ja wäre die Lüge meinst du? aber wenn ich die rufe dann kommen die nicht aber wenn ich was mache dann sind die sofort da aber vielleicht schicken die einen Stein vorbei die gucken hoffentlich sollen die im Arschluss vorbeischicken ist direkt da vor der Türe man überfällt den Baumarkt nicht was wenn die mit einem Hammerbauch mit Nägel weil der sich eben nur eine Zuflucht bauen will stell dir vor da sitzt er nachher auf dem Scheißhaus und das Rohr geht kaputt ja eben und der will in den Baumarkt fahren dann stehen da irgendwelche Leute drin und die machen den gerade leer sieht das aus wie das Kapitol oder was sowas gilt nicht ein Dreißiger genau ich bin aber sag nicht ein Dreißiger nämlich Packsliefer oder Randle alter Randle ist auch gut Bruder ich war schon auf Bande drauf ich hab Vata besucht beim FIB ich bin da so ab und zu mal oh oh was denn? links war ein äh Auto mit Blinkelichter ui ah ne wir dürfen ja nicht parken warte geht das? also musst du hier dran? ich muss ähm meine Tasche im Kurve rum tun äh ich hab aufgeschlossen ui was zum was ist da drinne? nur so ich will dich nicht mitschleppen so ich mein was du gesagt hast was zum weil da so viele Messer drin liegen was soll denn jetzt der Taxi Chef von mir? ach der hat mich auch angerufen Hans wie geht's dir? wenn der das war joa geht so gerade hat Bein gestoßen ja oh verunfallt oh verunfallt äh ne am Ende zeige ich auch noch abend abend der Herr hier braucht einmal Behandlung und ich danach auch dann hallo was ist denn passiert? also ich bin vorhin am Empfängnis bin ich geklettert klingt doch was für die beiden Superärzte hier in der Runde Richard und Joanna sag mal ein Stück zur Seite hm ich wollte eigentlich bin vorhin rumgeklettert bin vorhin rumgeklettert und bin dann so eine Meter Runde gefallen dann seitdem ist mein linkbein dick ok und ich habe das geschont aber gerade bin ich gerannt jetzt tut das weh ja und an meiner linken Schulter sehen sie ja meinen Verband da blute ich ein bisschen weil es wurde geschossen linkes Bein dick und linker Arm oben weil ich war bei Cody's was essen da wurde geschossen und da hat mich irgendwas getroffen so ein Splitter oder so ok hat nur ganz bisschen geblutet aber vielleicht guckt man drüber alles klar wie ist denn ihr Name? Karl das ist Kusch wollen sie meinen Ausweis? waren sie nicht heute erst hier gewesen? ne ich war heute nicht hier also ja dann war vielleicht irgendein Bruder oder Cousin weil Kusch hab ich heute schon mal irgendwie hier gehört ich hab viele Freunde und ja Verwandte heißen ich hab ganz viele Verwandte mit dem Nachname Kusch sagen sie ja regelmäßig ok wir sind ne Großfamilie und die meisten schulden mir nur Geld dann musst du mal auf den Pots hauen hm Nerzen linke ober schenke ja das ist ganz dick also wenn da was frei wird ich äh ich würd was nehmen bitte hinter holter holter oh ich hör Schüsse ähm oh da wird geschosseln musst du mitziehen mal ich überleg mir was falls mir was einfällt rube ich dich zurück besser die Türen abschließen alles klar gut dann nehmen sie kurz Platz dann sag ich auch von den ersten Bescheid Dankeschön da wird geschosseln hörst du ja lass hier drinnen bleiben hier ist sicher ja hier ist sicher hoffentlich mit sowas hab ich nichts zu tun aber wer ist denn hier oh Russland ist oben hier ne schnell ruft den an das kommt aus Richtung der Werkstatt aber da stand schon ein Polizeiauto oh oh lass erst hin lass erst gucken gehen wenn wir behandelt wurden okay dann ist vielleicht auch schon der Sturm vorbei was für ein Tag ist heute äh Freitag ah deshalb was deshalb ja klar dein scheiß Freitag ah oh Dumba da wo bist du hingefahren oben im Krankenhaus im Norden warum ja weil ich verarscht werden muss beindick schritte Blute sei mal endlich ein Mann nö sei stark ja ich hab Schlappen angekauft kannst du mir auch Schlappen mitbringen willst du auch welche ja und so ne kurze Schwimmhose wie guffi blau oder blau oder schwarz schwarz was schwarz passt zu meinem Fußnase aber ich hab die blauen genommen die sind cooler mit Klettverschlüsseln dann krieg ich auch die blauen ja ja jetzt auch Hawaii Hemd ja blau ja elblau ja ibiblau ja wieder im Paragon ja so Herr Kusch okay ich muss aufgeben dem Arzt tschüss hallo Mr. Doktor ja kommen sie mit okay bis gleich bis gleich bis gleich so einmal Platz nehmen hinsetzt nur legen wie sie so so der Kollege hat gesagt der linke Oberschenkel tut weh ja ich bin von etwas runter gefallen dann war der schon dick dann war der schon dick und grad musste ich rennen dann wurde der ja richtig durchblutet und jetzt tut sie okay dann schauen wir uns das doch mal an krempel grad mal ein bisschen die Hose hoch okay ich hab eine Seite auch Klettverschluss können sie so aufmachen ah ok oder so ja genau dann machen wir es doch so ist aber nur der Oberschenkel nur der Oberschenkel okay gut so lassen wir den einmal ab haben sie das gerade gehört er wird geschossen ja ja wir sind verrückt der ist gerade auch schon im Funk durchgegeben worden die sind alle bescheuert ja so wenn ich hier oben drück tut da was weh ne aber es ist unangenehm 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 okay äh spüren sie denn ihren Fuß unten noch oder kribbelt das das spüren sie noch das kribbelt aber ein bisschen okay ich glaub die Durchblutung ist da nicht so gut ne ja gut wenn das oben anschwillt dann drückt es halt die Gefäße ein bisschen zu das kann das schon kribbelnd verursachen müssen wir das Bein abschneiden nein nein so stimmt es nicht hab ich dann so ein Metallbein und dann so ein Knopf auf den Kopf wenn man drauf drückt dann kicke ich ja genau wie diese Pöppchen damals wie hieß die Tipp ich glaub Tippfußballer ja genau irgendwie sowas aber da müsste sie das Knöpfchen oben auf dem Kopf haben der Hang for good ja ne ne so schlimm ist nicht ähm ich tu aber eine Salbe drauf damit das bisschen ab abschwillt okay und sie bekommen was zum kühlen mit ja das müssen sie einfach aufs Bein drauflegen heute jetzt auch nicht mehr so viel rumrennen sondern eher zu Hause hinsitzen und das Bein hochlegen das hilft nämlich auch ja das mach ich sowieso ich bin arbeitslos achso ja gut ja da hat man ja Zeit hat man ja Zeit ja oh Gott so ich hol kurz die Sachen okay so und oben am linken Arm wo mein Verband ist bei Cody wird geschossen da hab ich was abbekommen okay das schauen wir uns an der Schulter hat der Kollege gesagt ja genau linken Schulter das schauen wir uns gleich als nächstes an jetzt aber hat ein bisschen geblutet mhm sie haben es ja selber verbunden hat der Kollege ja genau so dann wird es einmal kurz kalt am Oberschenkel ui ich reib das mal großzügig ein geil sogar eine freie Massage heute ja so gut wie fühlt sich das an mit geil mit geil alles klar haben sie nicht so oft Zuneigung mhm doch eigentlich schon schon okay na gut wenn sie schon sowas ich bin wilder achso okay gut nicht dass ich mir Sorge machen muss das hab ich von meinem Papa gehabt achso war das auch ein wilder oh ja der hat sich immer gegürtelt okay was kann die da drunter zu verstehen ja der hat sich ein Gürtel im Hals getan und das so lange zugedrückt bis bis fast zur Bewusstlosigkeit das fand ich geil okay von dem gibt es auch gibt es auch Filme auf VHS echt war das so ein Bekannter oder was ja es gibt einen ganz Bekannten der hat sogar eine Grammy Dings gewonnen Oskar okay der hieß Lenschen Gefahr alles klar muss ich mir mal anschauen in dem Fall besser nicht das ist ein Hardcore Streifen ja gut da ist viel Pipi und A und so drin ja gut ich schaffe im Krankenhaus von dem her ich habe auch schon viel Pipi und A achse ja ja aber das ist das so richtig so ich mache einmal den Verband an der Schulter weg aber ich habe den gut drangemacht ne ja sieht gut aus sogar mit Spucke damit es klebt ja es hält sehr gut sagen wir mal so wobei die Spucke jetzt nicht unbedingt sein musste ja aber ich hatte kein Klebeband ja gut aber man kann ja die Binde so ineinander reinstecken ich bin doch keine Frau was soll ich mit einer Binde nein die Mullbinde also ah nicht die Binde für die Damen wobei zur Not zur Not hätten sie auch die benutzen können weil ob sie jetzt unten Blut aufsaugt oder am Arm aber dann wäre ich hergekommen und wäre mega zickig weißt na gut wenn sie Blut verlieren dann kann ich das schon verstehen so so schlimm sieht die Wunde nicht aus die machen wir einmal sauber ich habe doch erst gemerkt dass die Blut als ich würde zuhause war achso ok hatten sie ein Oberteil an dass sie es nicht gemerkt haben ja das habe ich ausgezogen das ist kaputt ja gut das glaube ich so dann wird es am Oberarm einmal kurz kalt muss nicht genäht werden ne ne das ist wie gesagt nur oberflächlich kann ich heute Abend dann ganz heftig schrubben weil die Wohnung ist dreckig achso was meinten sie denn das Auto ich bin Rechtshändler ja mit was handeln sie denn ja mit so einem Wurschuhnweg ah Zebra genau ok ne ne muss muss nicht sie dürfen den Arm auch ganz normal bewegen auch für die Hausarbeit und auch für Bretter verteilen auch aber sie sollten auch ihr Bein eben heute schon von dem her ok dann mach ich mir eine Knarre im Rollstuhl ja genau so Panzer dann bekommen sie da auch noch einen Verband drüber den Verband können sie dann morgen selbstständig runternehmen ok gut muss ich den wieder herbringen oder kann ich den Müller-Tone werfen ne Gott den dürfen sie in den Müller-Eimer schmeißen kann ja sein dass der nur auf der Wände wird ne ne das ist alles einmalartig ah früher hätte man vielleicht noch gewaschen ja aber heutzutage machen wir das nicht mehr doch ich wasche mich auch nicht ja ich wollte nichts sagen ja Herr Kusch äh super dann haben sie mich wieder zusammengepflegt ja äh können sie ja bitte abgenommen bitte abgenommen na gut es kommt drauf an was sie in den Taschen drin haben ähm Steine Spitzhacke nein ich hab nichts in der Tasche ok immer noch 69 50 aber ich hab gestern Tacos gegessen ne ja was ist das irgendwas mit Kellerkindern haben sie die letzte Meldung grad gesehen achso ne was stand da ach irgendwas verwirrendes ah jetzt haben sie es korrigiert irgendwas mit Kellerkindern stand vorne dran Kellerkinder? ja wegen auf einsatzaufkommen irgendwas mit Kellerkindern bla bla was sind denn Kellerkinder? na Kinder die im Keller wohnen ich wohne im Dachboden na da haben sie Glück gehabt da bin ich im Dachbodenkind genau so gut Verband sitzt gut? ja ok genau und wie gesagt das Bein eben schonen ok und heute nicht mehr rumspringen so dann gibt's noch ne kleine Rechnung und dann sind wir jetzt wieder 15.000 für den Verband nein das ist verrückt ich hab nicht so viel Geld ich bekomm nicht so viel vom Staat ja so viel knöpfe ich ihnen jetzt auch nicht ab also haben sie Schmerzmittel zu Hause oder brauchen sie noch was? hm ich hab Cannabis zu Hause ok das hilft auch ja benutzen sie das altbewährte genau dann gebe ich ihnen jetzt keinen aber so ein paar Zanax hätte ich schon gern für die Notwahl ein paar was? Zanax was ist das? weiß ich nicht das sagen die ganzen Rapper in den Videos achso da kenn ich mich nicht aus ich hab ein Funkgerät kann meins sein ja ich kann lauschen ach ja das ist noch ein bisschen laut aber ich hab gedacht das Krankenhaus hier oben wäre geschlossen worden nö wer sagt sowas? das wurde doch überfallen ja ja dann wir hatten zeitlang dann so einen eingeschränkten Betrieb dass wir nur quasi arbeiten konnten wenn der Chef da war die haben mir alles geklaut hab ich gehört mhm ja den ganzen Spind ausgeräumt boah was zu teilen ja echt so gut ok ich bezahle meine Rechnung Moment ich bin noch am Rechner ja äh 1325 das geht nicht ja eben so 1325 ist so dann einmal die Karte aufs Gerät perfekt gut dann sind wir schon fertig kann ich nur auf meinem Freund warten vorne ne? ja vorne am besten ok dann soll die Polizei mal Fingerabdruck nehmen hier und die Dieb stellen achso ja die sind schon dran das FIB ermittelt bereits schon Hallo Spinelli hm? Hallo Spinelli hä? hä? du hast Schuhe an wie Spinelli jeder Mensch hat Schuhe an nein nicht jeder aber gibt doch Leute die keinen Schuh tragen ich weiß nicht was sie meinen was? kennen sie nicht Disney's Großpause? hä? hä? muss die auch veratmet werden? ich weiß es nicht ich weiß es nicht ist die hingefallen? aber ich bin nicht hingefallen ne? hä? ach sonst weiß man nicht geht's ihnen gut? ne geht's gut ja sind sie sich sicher? da bin ich mir tausendprozentig sicher was für ein Toastbrot? tausendprozentig nicht Toastbrot achso ich hab's verstanden da bin ich mir Toastbrot sicher ja gut ja ist das eine Medizinpro? äh das weiß ich nicht ich kenn die Damen leider nicht also ich bin gelernte Medizinerin arbeite zu heute aber in diesem Beruf nicht was sind sie denn Radiosprecherin? arbeitslos wir kommen im Club so wie er und sind sie verletzt oder warum sind sie hier? äh mein guter Bekannter von mir hier oben arbeitet äh ok ok ja haben sie es auch gehört? was denn? Knall ja ich ich glaub wir haben einige noch nicht den Knall gehört da haben sie vielleicht recht oh Gott aber schicke Schuhe ja kriegt man die zum Serienmörder-Set dabei? zum was für ein Set? zum Serienmörder-Set äh nein ein Serienmörder bin ich nicht ganz sicher? ganz sicher so sieht sie glaub nicht aus aber die Schuhe ja gut das ist Ansichtssache wenn nicht der Weihnachtsmann wär würde ich da nix rein tun wenn die vor der Tür stehen würden wobei da passt viel rein äh Richard ich weiß nicht ob du das vor der Tür gehört hast äh zum Glück nicht vielleicht brauchst du eigentlich auch einen Eisbeutel Richard? komm warte mal ist das Spinalli ich? ja äh ne wir hauen ab tschüss aber kannst du mir gerne einen geben wenn das in meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so Angst wie vor dieser Frau wie warum? boah die war ganz gruselig oh oh aber hat alles drangelast und alles heile gemacht? oder hat die genascht an dir? ne ne besser nicht oh da guck mal lautloser Helikopter ah jetzt höre ich oh da boah da fliegt ein bisschen tief ne? ja sag ich doch was für ein Anfänger für ein Anfänger sind die Nataschas noch im Auto ne? die holt ich gleich raus ok fahren wir runter? ja aber wir wollen nur da vorbeifahren ne? ja am äh an der Werkstatt oder nicht? ja so außer hier rechts mit dem Blinklicht da steht immer noch was für Blinklicht da? hier hinter uns rechts siehst du das nicht? ah du? an dem Laden ui aber das kam nicht von da oder? das kam von der Werkstatt glaub ich aber anschein nicht so aus ne der war uns zwar oh schau'n Helikopter sieht doch relativ leer aus vielleicht mal das nur ohne was hat die jetzt gesagt? weil die Frau? ja die hat ganz komisch gekichert oh oh und ich habe die kaum verstanden ich hab mal in einem Horrorfilm gesehen wenn die immer so komisch kichern einfach so dann haben die ganz schlimme Sachen im Kopf mhm die halte auch Schuhe an wie ein Serbemörder oh oh habt ihr da nen Ausweis gekriegt? weißt du jetzt wo du wohnst? mhm das war keine Mr.Mate Team vor ok sind wir hoffentlich sicher unten hm soll jetzt Scheibentüren umgeben, ne? ich hab schon Oldes gesehen vorgestern ich hab nur nen Schlagen GT gesehen seitdem hier müssen wir auch die Scheiben schwarz machen bei allen Oldes bei allen ja bei allen aber doch nicht bei den ganzen Sportkaren warum nicht? weil doch wieder sehen wer da drinnen sitzt ach wo? willst du flexen? klar immer mit einem breiten Grinsen da drin wo ich in Dubai war bei Onkel Dreezy äh bei meinem Frank Dreezy ich hab immer gesagt immer mit einem Fliegerlächeln durch die Gegend fahren und oh mein gut was fliegt denn da? da ist ne Motor rüber geflogen da ist ne ne Fangen Spur achso ja da hab ich nicht hingeguckt was macht er denn? ja der fährt gegen Stein vielleicht will er den abschleppen ist sein Stein hin wollte noch irgendwas egal was ist da denn schon wieder für ne Umfrage da gewesen? Bild verlosen jetzt gleich wollen wir das gleich schon machen Chat? hallo? ging das denn nochmal? und denkst du die geben uns die Pistolen? ich ich weiß nicht ich glaub mir nicht ich bin auch unentschlossen ich seh es so ich glaub dass die jetzt wegen der Aktion gerade sich morgen sammeln und dann kommen die das kann gut sein ja ich sag entweder haben die aus der Situation vom letzten Mal schon gelernt und geben uns dann morgen die Sachen seh es ein aber nicht wenn die wenn viele bei denen abhängen ja ne das nicht dann denken die boah wir sind jetzt so krass da kommen die morgen oder wir kommen zuvor oder so wirst du noch irgendwo hin oder willst du zurecht zum Park? nö nach Hause ok wenn überhaupt niemand da ist das ist ne gute Frage hui huiii oh ja es ist auch wer da oh was ist Opel Duny da? uuuuuh steht der da? Ja, mal den Helm. Ich bleib nur kurz Sitz nehmen. Okay. Ich glaub Sitzheizung angelassen. Nein, Gebot. Sign up. Give away. Das muss alles zum Rande sein, dann kann jeder mitmachen, ne? Glaub ich. Keyword? Keyword ist Ausrufezeichen J. Mach mal bitte. Okay, funktioniert. Schon vier Stück drin. Bein vier. Ah, jetzt 135, okay. Lass mal kurz laufen. Wir haben jetzt 21, lass mal bis halb laufen. Ausrufezeichen J für ein Giveaway. Ich glaub für Bild, ne? Mit eurem Wunsch-Emote. Und ner Widmung. Was auch immer ihr haben möchtet. Bis halb. Bild im Jugular, glaub ich, oder nicht? Was? Hallo? 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 Ich hab dir auch was mitgebracht. Was passiert hier? Guck mich. Warte. Sag mir. Was ist los? Guck. Was ist los? Warum rennen alle? Wir gehen jetzt schlafen. Wir gehen jetzt schlafen. Beachte mich. Der Sandmann kommt. Okay. Guck jetzt Demba das tolle Schick-Schick-Schuhe an. Boah, Demba. Geiler Ess. Danke. Aua. Geil. Ich zwick dir rein. Du wolltest mir mal was geben. Nein, geht weg. Ihr seid verheiratet. Ihr dürft mich nicht anfassen. Nein, der arme Schlucker macht mir keinen Antrag. Ey, Digga, was ist denn jetzt hier mit dem Notar? Achso, willst du? Ja. Ja, was willst du? Sag mir. Ja, was hast du mir mitgebracht? Ich hab dir einmal wonderful Zigillette. Ui. Einmal. Dann wunderschöne Holiday. Und eine nice Badehose. Bittchen. All day long. Zieh es an. Ui. Nun sind wir wieder Zwillinge. Aber meine Hose ist wie kürzer als deine. Ja, das ist extra, weil du hast die knackigen Beine. Hallo. Opa Dolny. Grüß dich. Was haben die dich bald einmal? Ja. Musst du Opa Dolny nicht auch zum Notar? Ja, da ist keiner. Der Finn und Max waren schon da. Achso, okay. Da ist gerade keiner. Wir müssen morgen da nochmal hindern. Okay. Okay. Tschüss. Bis später. Was machen wir jetzt? Sollen wir den Tarnon sicher machen? Wir haben ein schicker Outfit. Ja. Wo sollen wir? Wo sollen wir denn? Da, wo es Läden gibt? Da, wo es Läden gibt. Da schützt du doch mal, oder? Ich glaube, sind die jetzt alle abgehoben? Ja. Ja. Ich glaube, dein Gebiss wackelt doch. Er klebt fest wieder. Mach mal, mach mal, komm. Ich komm nicht los. Es sind drin jetzt 215. Alles. Alle weg. Umgedreht. Park leer. Why? Hä? Vielleicht Park auch wieder full. Why? Was sagst du? Umgedreht. Alle weg. Park leer. Ja. Ja, lass uns irgendwo hinfahren. Ja, komm. Ocelad. Wir können nur... Ne, Kohl ist dazu, ne? Boah, schon halb zwölf, Junge. Lass uns den Park fahren. Der kommt fangen zum Park. Wir nehmen die schwarze Auto. Ja, ist egal, ob Sub oder Non-Sub. Ist komplett egal. Ist verboten auf Dings. Oh, mir ist so kalt, ey. Mal Pfeile machen. Oh, ich soll eigentlich mein Bein tun, ne? Was ist mit deinem Bein? Ich bin noch vorhin unabfallen. Ui. Wo runter? Ich wollte im Gefängnis klettern. Woher die Kraft? Wo fahren wir hin? Bring links die Sprungchanks so hoch. Oh, ja, ey. Oder ist das nur für Jetski? Komm, wir fahren für den Job für den Opa. Ja. Hast du Kaugummi? Moment, kurz. Weil ich hab gesoffen wie Zau. Das sind Alkohol-Stinkschüttel. Wie Zau. Sind 224 drin. Ich glaub, ein Nightbot kommt damit gar nicht klar. Wie Zau. Gesoffe. Komm, wir fahren nach dem Job für den Opa. Komm, komm, komm. Oh, guck mal die Karriere. Was ist das für ein Salamander? Von Onlyfans. Boah. Schrottbock. Na, hast du raus dürfen? Ja, ich hab' einen Schaaran. Ist der kalt? Ja, es geht. Arbeitest du bei Ticket? Ja, klar. Du. Nein, der arbeitet nicht bei Ticket. Komm mal mit, komm mal mit. Ja, okay. Komm mal mit. Ja, geh einfach, vertrau dem. Ey, Kollege. Ja, gut. Ja, vielleicht braucht er ein bisschen. Dann bringe Katz das Rockman. 232. Wenn ich jetzt ein neues Dings mache, ein neues Codewort, ne? Wir klären es einfach später. Es sind doch, mit dem Dollarzeichen sind es Fabs. Ich hab's, die ohne Dollarzeichen wie Akuma, X3 und Coach Niki, Kopi420 sind keines. Das ist ein normaler User. Was? Ich kenne mal was. Wer ist der alte Mann, den ihr mit euch schlägt? Das ist mein Opa, Opa Dulling. Wenn, dann fahre ich nur als Chef an. Nee, das geht nicht. Du kannst als Burger-Brat anfangen. Nee, nee, nee. Ich mach mir doch mit den Händen schmutzig. Nee, mit schmutzigen Händen macht man das ja nicht. Das macht man mit sauberen Händen. Ja, lass mal telefonieren. Hast du ein neues Outfit, Cody? Ja. Man kann ja nicht jeden Tag im Leben rumrennen. Der ist jetzt bei den Yardis. Ich hab auch ein neues Outfit. Könntest du, warum hast du keine Hose an? Der hat eine an. Ich hab beide Hose, ne? Badehose, ne? Ja. Respektier's es. Warte, ich will bei uns im Laden gucken. Wir haben jetzt ein neues Schild, das schneller geliefert worden, als Kurt die Dixi-Klos liefert. Ja, wir können eh nicht lesen. Ciao, ciao. Wenn dir nicht. Ja, Opa Dulling, frage. Was denn? Oh, hallo. Sind Sie soweit? Ja, ich bin soweit. Ja, ich bin soweit. Okay, wir sind wichtig. Tschüss. Ich will auch eine Zeugenaussage machen. Hä? Ich will auch mal. Opa Dulling, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Ich würde immer rumschreien. Ja. Ey, ich war vorhin nicht da. Ich war vorhin nicht dran. Ich war vorhin nicht. Ich hab ein Bewerbungsgespräch heute. Hallo. Jawohl. Ja. Komm mal nicht, du wichser Opa. Oh, Alter. Ist das der Wels? Doch, hol mal deinen Schiff. Ich glaube schon. Hol mal deinen Schiff. Alles klar, ich bin wieder unten. Ich bin ein guter Kumpel von... Wenn Sie mal aufhören zu schreien. Das ist auch eine Schiff. Ich bin ein guter Kumpel von Washington. Ruf den mal an und sag, der soll herkommen. Nee, das mach ich nicht, dann krieg ich er. Ja, sag dem Großvater. Es wird ein bisschen schwierig, dass der Washington jetzt kommt. Sag ich den Mann rufen? Ja, nee, der ist in dem Einsatz. Ich war schon da. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Ich hab schon gesoffen in sein Büro dahinter. Chad, wie krieg ich alle Leute daheim? Ich hab noch einen Nackt rumklopfen im Piddy. Ja, das klingt nach Washington. Sound ab 40, nur warum? Oder ich mach kein Keyword, sondern Active User. Oder schreib dir das alle falsch. Nee, richtig. Jetzt sind 244 drin. 246, 247. Wie mach ich den Spam-Schutz aus? 253. 56. Jetzt geht wieder hoch. 57. 57. Wie macht man ihn raus? Wo ist ein Balken? Anti-Spam. Enable. Disable. Okay, hab ich. 254. Der war ganz x-trecht, ey. 247. Jetzt geht runter. Ich glaub, ihr tragt euch... Ich glaub, wenn ihr das nochmal schreibt, tragt ihr euch selber aus. Jetzt geht runter. 234. Wir machen jetzt ein neues Codewort. Und nur einmal im Chat schreiben. Das wird immer weniger. Hallo. Wir machen jetzt ein neues. Wir machen... Ausrufezeichen. Hallo. Warte, stopp. Doch, Ausrufezeichen. Hallo. Nee. Einmal schreiben. Einmal Hallo. Also, Ausrufezeichen. Hallo. Ich hab Anti-Spam disabled. Ich schwamm mal kurz. Sind nur vier Leute drin, Alter? Mann, gibt's keine andere Seite? Ah, jetzt sind 207 drin. 216. 219. Schaut, die geht da bei Stream-Elements? Ich hab das letzte Mal nicht gefunden. Stream-Elements. Ich bin der schlechteste Streamer, den es gibt, Alter. Wo geht das denn? Aber wo? Mr. Crazy, danke übrigens für deinen Resub mit deinem Prime im zweiten Monat. Schaut, wo kann man das denn mit Twitch machen? Was quatscht denn? Hauptberuflich, weißt du? Loyalty. Giveaways. Hier. Nein. Das ist nur die andere... Hä? Das ist aber so ein... Nee, das ist irgendjemand mit Tickets kaufen und sowas. Warte mal. Giveaway-Titel. Hallo. Description XD. Nee. Ich kann, geh nix. Es sind 243 Leute nur drin. Bei Nightbot. Boah, Junge. Ja, dann haben deine aktiveren Zuschauer größere Chance. Ja, aber ich hab die Tickets nie angehabt. Außerdem soll das Dings sein. Ich stehe komplett noch nicht. Außerdem soll das, äh... Fair... Dann hast du schon was ausgedacht. Okay, wir machen das nochmal neu. Ja, Catering ist wichtig, weißt du, was ja... Okay, was Spätzle wäre nicht schlecht. Ein paar Maul-Deschle und so. Vorspeise. Ich müsste das nochmal neu machen. Mit der guten Ritterbüren. Moment. Ich glaube, ich hab ich ja beim Anti-Spam reingemacht, dass wenn einer das nochmal doppelt schreibt, hat der dann wirklich gelöscht wird. Oh, lass das sein jetzt. Reset. Nein. Fuck. Nein, nicht Ausrufezeichen, hallo. Jetzt machen wir Ausrufezeichen. Ihre 20-Servo. Ausrufezeichen XD. Also so. Oh, ho, ho, ho. Cool, ey. Hallo, du. Aber wie ist denn das als Politiker? Muss ja auch ganz schön fit sein, gell? Boah, Nate, du, das ist ja voll 63. Jetzt geht aber schon besser. Ja, 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 ja. Ja, klar, ein bisschen dicker bist du schon, aber das sieht man. Ich glaube, der Bot kommt gar nicht hinterher, ne? Ach, was? 184. Aber wenn ich jetzt deine Kollegin vorher doch gesehen habe, der Radiwächt besser passt. Boah, lass das nicht. Boah, Mann, Witsche. Jetzt sind es schon über 200. Ja, aber warum ist denn du auch immer so viel? Boah, Boah. Ja, guck mal, wie dich... Kannst du dem Opa nicht nur einen Job geben? Was denn für einen Job? Klo putzen oder so? Das ist fies. Ich den Herrn Washington mal anrufen. Mach das mal lieber bei euch in eurem Torf, ja? Was für ein Torf? Wir sind keine Gang. In eurem Torf. Wir sind in der Junkie-Park. Ja, die Toiletten darf nicht schlimmer ausmachen. Komm, bei uns kiffen. Nein. Na ja, dann ziehen wir mal ordentlich ein Trüge mit einer süßen 24-Jährigen. Nein. Davon geht die Hauptsache. Deine Haare sind schön, ich will einen Besen drauf machen. Was? Ananas. Was? Ananas. Kauf dir eine Perücke. Kauf du dir Schminke. Hast du früher nicht mal, wo du vorst, Polizei, wachst du schnell mal ab und zu mal einen... Nein. Sonst hätte ich jetzt nicht so klar total hart. Hast du noch nie Brühen genommen? Nein. Hast du noch nie Heroin geraucht? Nein. Heroin geraucht? Nein. Hast du noch nie Paracetamol genommen? Grüß Gott, nein. Wenn er nur E-Bus. Mein Meister. Tag zum. Keiner will mich haben. Guck mal, wie autoritär sich der hinstellt. Ist das der Marke, wo du keilt hast? Nein. Nein, nein, nein. Gottes Wille, mein Ball. Also nein. Nein, der nicht. War knapp, ne? War knapp, ne? Aber ist nicht passiert. Ja, nie passiert. Was gibt's denn eigentlich zum Essen bei der auf dem Hochzeig? Give away, bitte. Bitte. Danke. Sag Cola-Struppe, dann ist er glücklich. Ist das dein Mann? Nein. Warum guckt er dich so verliebt an? Weil ich toll bin. Du bist aber ganz schön von dir überzeugt, ne? Ja. Ja, ja. Die Nase ist oben. Darf du dir die Nase hast operieren lassen? Es sei denn, sie fährt Auto und ist die Nase ganz weit unten. Das da ist dein Wäste hinter dem Mittelmeck. Das da ist mein Mann. Ja, warum passt denn dir deine Schutzweste nicht? Herr Matthews, habt ihr das gesehen? Können Sie bitte von meiner verletzten Schulter die Finger wegnehmen? Sonst rast ich dir gleich komplett. So einen langen Arm hab ich nicht. Du zeugst mir jetzt den Job da, ne? Der Opa wollte sich die Zeilen mal angucken. Echt? Wir brauchten Hausmeister, Alter. Ah ja, ey. Ich ruf jetzt den Herrn Washington an. Ich hab kein Geld für Hatersheim. Der muss irgendwas machen. Können Sie kürzen? Er ist 200, ey. Ohne Witz, ich krieg da nicht hin, ne? Ja, aber schwimm, Washington. Hallo. Ich geb mir ein Knoher Washington. Der Bot kommt, glaub ich, überhaupt gar nicht nach. Why, Kiki? 273 Leute. Achso, wir brauchen doch... Warte. Warte mal. Ich weiß nicht, wo bei Streamlads das geht. Das geht da irgendwie nur mit Tickets, man. Ich will einfach haben, dass die Leute im Chat schreiben. Und fertig, man. Twitch-Giveaway. Da muss es doch irgendeine andere Seite gehen. Piss dich. Naja, Sweetie, das kann nicht sein. Das machen doch nicht nur 278 Leute bei dem Giveaway mit. 280. Stop, John Matthewson. Die Freundin ist Schreifer. Ja. 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 Letztes Mal hat das doch auch funktioniert. Aha, mhm, ja, ja. Oh. Warum, was krieg ich da für eine Nachricht? Was ist das für eine Nachricht? Ich versteh das auch nicht. Die arme Lügen. Hä? Was, das versteh ich nicht. Ja, der Fall. Mit deinem Hieroglyp. Mann. Was war das denn für eine Nachricht, Junge? 284. Wir gucken jetzt mal, ob der Jevorus drin ist. Der hat nämlich gerade geschrieben. Ja, doch, der ist drin. Da machen echt nicht mehr mit. Oder Imberlikes. Imber hat gerade geschrieben. Imberlikes ist auch drin. Und der New Luck ist auch drin. Und der New Luck ist auch drin. Ja, ich schaue jetzt nach jedem nach, Jungs. Day-Night ist auch drin. Fast 300 jetzt. Von Matterhorn ist auch drin. 299 sind wir jetzt. Chaos-Dick hat gerade geschrieben. Ja, der ist auch... Dann sind alle drin, die mitmachen wollen. 303 sind wir. Po-Akt-Bitubu. Ich lese gleich Dings vor, Chris und so. Und in... Nehme... Nehme Ton. Findest du den Münzeinwurf nicht? Der Ghost ist auch. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Kakao oder Kaffee nehme. Nimm Kakao-Fee. Sollen wir nun nach Hause gehen? Aber ich bin... Okay. Kann einer von euch fallen? Ja, der Opa. Komm, wir bleiben noch ein wenig. Kakao! Beidlin! Am Land. Okay, jetzt sind wir... Weiß nicht. Ich glaube, Curtis hat Erfrierung an den Beinen. Ja, ich komme auch gerade schnell nach Russland. Na dann. Hat einer einen Schlüssel für den Auto? Welches? Ciao! Ja, unser. Tschüss! Äh, nee, ich glaube nicht, oder? Und jemand hat uns eine Tür geklaut. Was? Jemand hat uns eine Tür geklaut. Mach's gut! Lass nicht drüber reden. Boah! Das ist der Joker! Boah! Ich hab gerülpst, weil ich geschrien hab. Opa, man legt sich nicht mit dem Joker ein. Hallo! Was ist das, der Joker? Willst du dich mit dem Joker anlegen? Das ist, glaube ich, ein Mannager. Ja? Willst du dich mit dem Joker anlegen? Nein, bitte nicht. Lass ihm bitte den Opa, Herr Mannager. Wie hast du mich genannt? Herr Mannager. Mannager! Wer bin ich? Du bist der Herr Mannager. Nein, wer bin ich? Hä? Der Joker. Wir müssen los, wir müssen los. Frau Mannager, oder was? Bitte mach keinen Scheiß. Fress mich bitte nicht. Was? Fress mich bitte nicht. Will ich dich mal mitnehmen? Nee, nee, wir wollen nicht nach Hause. Können wir bitte nach Hause? Wir gehen nicht nach Hause, wir haben Angst vor dir. Machen wir nicht nach Hause. Tschüss, Joker. Ich wünsche mir, wenn du bestens an den Kittel machst. Und lass die Panzerfaust drin. Mach mal halblang, halblang. Opa, steig bitte ein. Ja, ja, mach auf die Karre. Hau ab. Tschüss. Fahr ab. Fahr ab. Fahr ab. Fahr ab. Fahr jetzt weg. Du bist ein böser Mannager. Gehst du Arsch. Hau ab. Fahr jetzt. Bist du Arsch. Nein, nein, Opa. Nein, nicht so was sagen. Hör auf damit, Opa. Der ist jetzt hier vielleicht eh hier drin. Ich bin mir nicht so sicher. Ist ja nicht schlimm. Fahr einfach weg. Warte. Warte, lass noch ein bisschen hinterher schreien. Nein, nein. Der holt uns ein. Glaub mir das. Ja, du Arsch. Nein. Ich will das nicht. Das ist 100% Mannager. Ja, deswegen. Fahr nochmal. Da, der sah auch so aus. Was haben die vor? Tu das nicht. Die sprengen jetzt das Pidilof. Der sah auch so aus. Oh nein. Ah, Danju. Hallo? Bist du da? Ja, ich hier im Status. Doch nicht. In Zuhause. Komm, wir fahren nochmal dahin. Ja, mich hat die Charlotte angerufen. Nein, bist du bescheuert. Die hat sich ewig nicht gemeldet. Hast du eine Idee, was sie wollen würde können? Ja, stimmt. Sei großes Messer gese. Mhm. Ja, I know. Deswegen frage ich ja. Ich habe das Gefühl, dass der gleich herkommt. Schnell nach Hause. So, wir machen jetzt das Giveaway. Habibis. Kann ich heute wieder bei dir schlafen? Ja, Opfer, das war leider ein bisschen zu spät. So. Hui. Wir haben drinnen 313 Leute wollen nur mitmachen. Seid ihr bereit? Das war kein Komet. Okay, Lügner. Aua. Hallo, seid ihr bereit? Nein, nicht schon wieder XD. Oder macht nochmal Ausrufezeichen XD. 320. Jetzt geht wieder hoch. 323. 326. Okay, kommt kein Neuer hinzu. Oh, 360. Hat ein bisschen gedauert. 370. Nein, jeder soll die Chance haben, zu gewinnen. Jeder, der sagt, ja mach jetzt eine, so hat nur Angst, dass er verliert. Worum geht es denn? Ich war nicht da. Giveaway von einem Bild von dem Emote. Mit der Signatur. 380. Wir machen noch zwei Minuten. Um 48 ist Ende. 386. Aua. In die Augen. In die Augen. 388. Und Ketjam-Mucke. Eine Minute noch. Nein, ich verlängere nicht bis 0. 395. Warte, warum warten? 396. Ich muss meine fünf Twitch-Accounts auswählen. Die Klappe. 398. Aua. Aua. 401. Eine Minute. 403. Kommt kein Neuer mehr hinzu. 405. Wir haben nochmal zwei Glücke gehabt. Immer noch. Du bist selber Cringe-Kulone. Jetzt so. Eins. Zwei. Drei. Äh. Killer Rudi. Der Killer Rudi hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Hat der Nightbot auch den Namen reingeschrieben, ja, ne? Aber Killer Rudi schreibt nichts. Echt, der ist sehr wohl. Du hast gewonnen. Mit deinem komischen Zanta-Zombie-Zanta-Bild. Folgt seit dem 6. Mai 2017. Ei, 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 ei. Ich hoffe, du freust dich, mein Freund. Hallo, ich hab ein Giveaway gemacht. Ja. Okay, cool. Und Killer Rudi hat gewonnen. Hi. Ja, Glückwunsch, Killer Rudi. Glückwunsch. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Ja. Weiß nicht. Ich auch nicht. Wir können nichts machen, weil Nick war die ganze Zeit in den Pommes. Und der ist schon wieder da unten. Ich glaub, der hat keinen Bock heute. Ja, der spielt Counter-Spike. Der hat heute absolut keine Lust. Ich glaub, zur Strafe sollten wir jetzt den Dev-Server kaputt deffen. Hab ich gewonnen? Nein, Killer Rudi hat gewonnen. Ich? Nein, Killer Rudi. Der Lacky hat 6 Accounts gemacht. Das Lacky hat 2 Accounts. Lacky hat 2 Accounts gewonnen. Killer Rudi, haben sie Discord, der Herr? Sind sie bei mir auf dem Discord drauf? Ich guck mal eben. Discord starten. Chat at Killer Rudi. Ja, da ist er. Patrick Rilleri. Ich glaub, der gute Herr ist nicht aktiv. Ja, wie kann der denn dann gewinnen? Im Discord ist er nicht aktiv. Das ist mir egal. Vielen Dank für die 5 verschenkten Subs. Oh, ach, halt die Klappe, Junge. Achso. Ich dachte, ich muss ja jetzt den Stream übernehmen. Jetzt lass den Güffi auch mal. Okay, Güffi. Mama hat gesagt, ich darf heute auch Streamer spielen. Ja, halt die Klappe, mach. Wir warten alle drauf, was du was sagst. Also die Klappe halten und machen. Ich hab doch schon gesagt, vielen Dank für die Subs. Ja, aber du musst noch mehr sagen. Du kannst ja nicht nur das sagen. Aber was muss ich jetzt sagen? Ich bin neu in dem Game. Pass auf. Wir haben... Boah. Ich hab, warum? Ich weiß, was steht da? Pass auf, der Mint. Das war orkisch. Von Nancy. Wir haben zum Beispiel, Güffi, haben wir den Master auf Max vor 40 Minuten. Der hat geresubbt im fünften. Ja, die sehe ich doch nicht. Ich kann doch nicht sehen. Ja, das sag ich dir jetzt und du sagst danke und so. Okay, dankeschön, Master, für den Resub. Und der Monkey Shoulder. Danke, Monkey Shoulder. Mit seinem Prime Sub im 23. Monat. Mit deinem Prime Sub im 23. Monat schon. Okay, und jetzt René Octavia. Und was? René Octavia. Oder einfach nur René. Okay, René, dankeschön für deinen Sub. War das Resub oder normal? Prime Sub. Prime Sub im siebten. Im siebten Monat schon. Uiuiui. Genau. Und dann der Veritas TV. Veritas TV? Der Resub im dritten Monat. Danke für deinen Resub, mein Freund. Und dann der 360. Prime im dreißigsten. Uiuiui. Prime im dreißigsten, jung. Ja, im dreißigsten. Dankeschön dafür. Fast voll viel. Und Dr. Bizzle, Prime im achtzehnten. Ich hab keine Lust mehr auf Streaming. Mach jetzt weiter. Okay. Hüfi, du machst jetzt Dreamer. Danke für den Resub. Und jetzt der Mr. Crazy 660, Prime im zweiten. Mr. Crazy 660, dankeschön für deinen Resub. Und jetzt der MS, Prime im zehnten. Wie bitte? Der MS. Okay, danke auch für deinen Sub. Und jetzt der Caruso, number one. Three Sub im fünften. Da haben so viele Leute gerade extra. Hüfi, schneller. Du hast deinen Caruso vergessen. Danke für deinen Sub. Und jetzt der Chris aus, glaube ich, der Hansestadt Hamburg. Weil der HH hinter dem Namen steht. Okay. Oder der ist einfach nur lustig. Nein. Der hat zehn Subs verschenkt. Uiuiui. Dankeschön für deine zehn verschenkten Subs. Ja. Andi, den Namen musst du auch alle vorlesen. Was hab ich vergessen? Die Leute, die die Subs bekommen haben, sollen sich auch bedanken. Du musst sagen, hallo. Danke sagen, wenn ihr bekommt. Andi, die Leute, die einen Sub geschenkt bekommen haben, bedankt euch bitte auch, ja? Weil das ist nicht selbstverständlich. Hallo Leute, die einen ganzen Sub jetzt geschenkt bekommen haben. Auch die, die einen Halben bekommen haben. Alle, die hier einen Sub geschenkt bekommen haben. Bedankt euch. Nein, komm aus Hamburg. So ist der, komm aus Hamburg. Dann der Nehmeton TV. Wie ist es ab im neuen Sub? Nehmeton TV. Vielen Dank für deinen Sub. Der kriegt den schon gar nicht mehr. Dann Black Tinte, der ist ganz neu. Der hat mir seinen Prime Sub heute geschenkt. Danke für deinen ersten Prime Sub heute. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Curtis Nation. In der Curtis Nation. Genau. Dann der auch kam, der Habibi. Ja, auch für dich. Dank schön. Nein, du musst ein bisschen sagen, so. Merhaba oder Salam Aleikum Habibi. Jan und Dankeschön für deinen Prime Sechsten, Bruder. Das ist, was Curtis sagt. Ich küss dein Herz. Ich küss dein Auge, Bruder. Genau. Dann der Mad Season hat fünf Subs gegiftet. Ui, 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 Mad Season. Danke für deine fünf Subs. Oh, hier kommt ganz frisch rein. Aber ist das der Mad Season vom Edel? Ja. Ich glaube schon. Ja. Der Mad Season 80. Der in Amerika wohnt? Ich denke, ja. Katze, unter dem Schreibtisch. Oh, okay. Okay. Dankeschön. Mad Season. Ui, 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 guck mal hier. Jetzt hage ich es ja bereit. Ui, ui, ui. Dann You Can Catch Me. Ries hat am siebten. Der hat sogar was dazu geschrieben. Oh, oh. Jetzt hast du verkackt. Oh, oh. Verkackt. Wieso? Oh, oh. Hallo. Du hast den Dings vergessen. Den You Can Catch Me. Ries hat am siebten. Und der hat sogar noch eine Nachricht dazu geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Vielen Dank erst mal. Das kopiere ich dir, wenn ich das kapieren kann, glaube ich. Ui, ui, ui. Jetzt geht es aber ab, Herr. Das dauert schon wieder viel zu lange. Ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht kopieren? Jetzt kopiere das gefällig. Kann ich nicht. Ich bin zu dumm. Dann flüstere ich. Er hat geschrieben auf, die nächsten sieben Monate. Danke für die tolle Motivation mit deinem Stream. Oh, oh. Ach du Scheiße. Kein Problem, mein Freund. Sehr gerne. Dann kommt der Goldscorb-TV mit dem Resub im 41. fürs Auenland. Hat er geschrieben. Ja. Ja, wie ja. Hoppots. Wie ja. Hoppots. Das war schon wieder so ein Moment wie mit der Pferdemaske. Das ist ein Hund. Das Geil ist, das kam von fünf Minuten, Alter. Jetzt geht es ab, Gefieh. Okay, dann haben wir den Pyro, der hatte vor zwei Minuten 100 Bits gechirrt. Ui, ich danke dir dafür, mein Freund. Ja. Stensi, danke für den Resub im vierten. Ja, vielen Dank für den vierten Monat. Der hat gehört, es geschieht mit Keck und Schlau. Ui, ui, ui. Dann der Eichenstein. Ich heiße Vergüffi, aber ist auch okay. Du machst jetzt, was ich dir sage. Eichenstein, Prime im 19. Wer? Der Eichenstein. Eichenstein. Vielen Dank für deinen Sub. Ui, ui, ui. Dann der BDN2. Der hat seinen allerersten Sub hier verschenkt. Ui, vielen Dank für deinen verschenkten Sub. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. In der Katastnation. Er ist nicht da, weil du in der Schule, Junge. Da flüstert er das ganz leid. Und jetzt der Flash ist Twitch mit seinen Prime-Selfen. Ui, ui, Flash ist Twitch. Hallo, willkommen zurück im zweiten Monat. Oh, wie viel Freestyle auf einmal, Junge. Oh, Junge. Dann The Real Magnum. Fünf giftet Zaps an die Community. Ui, 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 ui. Ja, klar, Alter. Bis morgen. Ja, tschüss. Ich liest morgen immer noch vor. Ja, du hast vergessen, Güffi? Ähm, wen muss ich jetzt vorlesen? The Real Magnum. Ich bin vorlesen. Alle, Güffi. Fünf giftet Zaps. Vielen Dank für deine fünf giftet Zaps. Sag das mit mehr Gefühl. Die müssen die halt abkaufen. Vielen Dank für die Zaps in die Curtis Nation. Güffi, ein bisschen selbstbewusster. Selbstbewusster, Junge. Komm schon. Das ist das Maximum. The stage is yours, Güffi. Ja, geh einfach auf die Stufe. Du hast mich damals gestreamst, na, wegen Moondite. Guck mal, wie weit du es gebracht hast. Du darfst mit mir spielen. Boah. Jetzt kommt auf die WhatsApp-Truppe. Kommt auf die WhatsApp-Truppe, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Ab sofort President, Coach, Güffi. Ja, Streams-Triper-Coach, Junge. Und erst mal das Eigenwerb um machen. Ja, 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 ja. Pfff. Okay, dann haben wir den White-Clown mit dem Prime im Sechsten. Wie viel Level hat der Teil denn? Wir sind schon bei 300. Bruder, wir sind bei 1700 Prozent. Das heißt? Ja, das ist... Ich komme nicht hinterher. Junge. Weißt du, wie die mich damals auseinandergenommen haben, als ich angefangen habe mit dem Streaming-Partner wurde? Ja, ich war dabei. Junge, ich konnte gar nichts mehr, Alter. Ich weiß, ich habe dir die Hand gehalten, weil du geholfen hast. Ich hatte drei Kippen in der Hand und habe hin und her gewischt auf meinem Stuhl. Die vierte Kippe musste ich halten. Warum ist hier so warm geworden jetzt auf einmal? Hallo, du hast den White-Clown vergessen. Oh, White-Clown. Vielen Dank für deinen Prime-Stop. In wie vielen Monaten? Im sechsten. Im sechsten Monat? Dankeschön. Jetzt kommt der Over-X-Flow mit dem Prime achten. Yo, Over-X-Flow. Vielen Dank für den... In welchem Monat? Achten. Achten. Ja, ja. Prime-Stop. Dankeschön. Ja, ja. Ja, der sagt nicht mal Danke. Ich hätte Danke gesagt. Jetzt der Mathis mit dem Prime-30. Der hat dazu geschrieben und zwar 3. Okay, danke Mathis für deinen Sub im 30. Monat. 30 Monate, das ist schon lange, ne? Ui, ui, ui. Was ist jetzt los? Ja, die wollen dich auseinandernehmen. Jetzt 2050 Prozent. Giffi, die Leute lieben dich. Giffi, willst du mal über den Kanal streamen? Meinst du, das geht gut? Ich weiß nicht. Wollen wir probieren? Oh. Hast du denn dein Elgato-Licht schon an? Ja. Hast du schon dein Set auf? Ich bin bereit für den Stream. Du hast aber noch LEDs im Hintergrund im Kinderzimmer. Ich hab noch Gitterbette im Hintergrund, ist das schlimm? Shut up. Du. Nein. ... Du. Du. Wollen märmsst. Ne? Wollen ist das? Du? стваal? Was bin ich? Wollen Sie nicht? Ach, ich bin... Ich wüsste gar nicht, dass ich so lustig bin. Mein Bauch! Soll ich was vertrinken? Jay, der Körn ist wohl mit Wasser. Schnell, schnell, Hilfe! Meine Augen drehen, ich weine. Drehen in den Augen. Boah, ist mir warm, Junge. Boah, Alter. Gülfi, wenn du denkst, wir sind fertig, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Oh nein. So, den Matis hat es dann. Dann kam Shadow Moses mit 10 giftig Zaps. Ui, den Shadow Moses, den kenne ich. Vielen Dank für deine 10 giftig Zaps. Den kenne ich auch, der hat mir gegiftet, danke. Mir auch, vielen Dank nochmal für meinen Zaps. Dann kommt Nehmeton TV nochmal, aber diesmal mit 5 giftig Zaps. Vielen Dank für deine 5 gegiftigen Zaps, mein Freund. Dann kommt der Ultras, der schon auf Platz 1 ist. Nochmal mit 10 gegiftigen Zaps. Du hast wieder was vergessen, ne? Was hab ich vergessen? Die Leute, die einen Zap geschenkt bekommen haben, sollen sich ja auch bedanken, gefälligst. Alle Leute, die hier einen Zap geschenkt bekommen haben und so. Bedankt euch. Ufi, sag auch noch die, die einen bekommen. Dann hast du alle abgedacht, die einen bekommen. Dann musst du das nicht jedes Mal sagen. Genau. Und immer die Hood-Dude-Eule. Weil das ist Tradition bei uns. Ja, auch die. Auch die Eule, ja. Danke. Ey. Guck mal, meine Auge. Ich bin so am holen. Das waren schon ein paar wenig Eulen jetzt. Ja, warte, wir sind noch nicht fertig. Dann kommt der Tabasco Dude mit 420 Bits. Wer, wer? Tabasco Dude mit 420 Bits. Tabasco Dude. Danke für deine Bits, mein Freund. Willkommen in der Curtis Nation. Dann kommt der Showtime mit 5 Gifted Zaps. Ui, ui, ui. Danke für deine 5 Gifted Zaps. Und wie immer bedankt sich jeder, der den Zap gekriegt hat. Ja, er lernt, Junge. Boah, Junge. Boah, der ist bollend. Er sagt, ehrlich. Voice-Ride-Streamer ist weit drin. Dann kommt der Ben, der auch auf Daisy-Server zockt. Mit einem Gifted Zap. Ui, ui, ui. Danke für den Gifted Zap, Ben. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Dann brauche ich der Zap-Sound. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Dann kommt der Eichen, 95 mit 100 Bits. Ui, danke für deine 100 Bits. Für die Curtis Nation. Dann kommt der Snimbo mit seinem ersten Prime-Sub. Ui, willkommen in der Curtis Nation, mein Freund. Ich sagte immer nur, ui. Das ist alles, was ich kann noch. So, dann kommt der Chris nochmal, der aus Hamburg. Mit noch 20 Gifted Zaps. Oh, nochmal. Danke, Chris, für die. 20 Gifted Zaps. Und wie immer bedankt sich jeder hier im Chat. Und mach mal die Eule. Boah, guck mal, der hat alles gesagt. Mach mal die Eule, hat er gesagt. Dann kommt der Bruder Hamardini mit 100 Bits. Ui, Hamardini, den Namen habe ich auch gelesen. Danke für die Bits. Ja. Dann kommt der Jevorus mit 1 Bit. Ui. Selbst das wird vorgelesen. 1 Bit. Ja, danke für dein 1 Bit. Für die Curtis Nation. Du hast den Wiped vergessen. Der hat auch 100 Bits. Wiped. Wiped? Ja. Danke für die Wiped. X-Wiped X. Das ist ein Rapper. Ach so. Dann kommt höchstpersönlich himself Ice Cube mit 5 Gifted Zaps. Ui, vielen Dank für die 5 Gifted Zaps, Mr. Ice Cube. Dann kommt nochmal Shadow Moses mit 10 Gifted Zaps. Danke für die 10 Gifted Zaps. Shadow Moses. Und bedankt sich jeder hier. Dann kommt der Veluro, der Bewohner von Elektro. Will ich gleich kurz Pause machen? Nein. Das musst du durchziehen. Veluro, danke für die Gifted Zaps. Das war die Dimmse Entscheidung, Streamer zu spielen. Veluro, danke für die Gifted Zaps. Bedankt sich ja jeder, ja? Wo waren jetzt das Ui? Ui. Du lässt nach, Bruder. Ui, Giffi. Ui. Das ist fertig. Ui, Giffi. Dann kommt der Pyro mit 1 Gifted Zaps. Ui, danke für den Gifted Zaps, Pyro. Dann kommt der hübsche Bolze mit 5 Gifted Zaps. Auch danke für deine 5 Gifted Zaps und muss sich jeder bedanken hier, ne? Mach mal die Eule. Dann kommt der Fanky mit 10 Gifted Zaps. Ist das richtig? Ja, Hut-Hut-Eule, ne? Ich hab das damals immer gesagt. Ich hab Eule geschrieben, das macht mich sauer. Ja, Hut-Hut-Eule, komm mal. Ja, hier, das ist die richtige. Bei Veluro waren wir, ne? Dann kommt der Pyro mit 1 Gifted Zaps. Nochmal? Den haben wir doch schon vorgelesen. Das war ein Test, ne? Aber nein, ich weiß jetzt nicht, ob wir den vorgelesen haben, weil ich weiß, lese man die Nummer vor. Okay, danke Pyro für deinen 1 Gifted Zaps. Dann kommt der Bolze mit 5 Gifted Zaps. Danke für die 5 Gifted Zaps. Dann kommt der Fanky mit 10. Oh, Fanky, 10 Gifted Zaps für die Curious Nation, vielen Dank. Dann kommt der Unicorn Hunter, die alte Mecca-Zieger. Ui, der ist ja nur am rummeckern, ne? Vielen Dank für die Gifted Zaps. Dann kommt Randall mit dem Re-Sub im 15. Ui, 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 Randall, vielen Dank für den Re-Sub im 15. Monat für die Curious Nation. Dann kommt Moonless Fox mit dem Re-Sub im 13. Ui, 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 13 Monate, das ist schon echt lange. Vielen Dank für den Re-Sub. Dann kommt Fetter Gin mit dem Re-Sub im 26. Und der hat geschrieben, danke für deine Streams. Kein Problem, mein Freund. Giffy, danke für die Streams. Ja, kein Problem. Ui, 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 jetzt geht's aber ab hier. Ui, Giffy. Wann hast du noch mal Stream-Pause, Curtis? Nie. Achso, meinst du jetzt so, wenn ich nicht stream? Ja. Dienstag zum Mittwoch und optional noch einen Tag. Ja, Dienstag ab sofort Giffy streamen hier. Ja, willst du machen? Was soll ich machen? So Giffys Talkshow. Giffys Talkshow. Über was willst du denn reden, über den letzten Kindergartenbesuch? Ja, ich rede über welches. Bild ich mit Fingerfarben gemalt hab. Können wir mal drüber nachdenken. So, dann kommt, warte. Fetter Gin, Re-Sub im 26. Danke für deine Streams. Goof, Curtis natürlich. Ja, ja, du wolltest dich schon richtig bedanken. Boah, Giffy, du könntest Bilder malen im Stream. Dann kommt Maxi in Paint. Dann kommt Maximoto mit 20. Ich hab auf Gimp gewechselt, ich bin Profi. Dann kommt Maximoto. Maximoto, ja. Vielen Dank für deinen Sub. Nein. Ach so, 20 Gifte-Zubs? Genau. Der ist fertig. Vielen Dank für deine 20 Gifte-Zubs. Gute Zeiten, Güppie-Zeiten. Güppie-Zeiten. Das war jetzt gemein. Das hat weh. Kann ich aufhören? Nein. Daniel, hat jemand 10 Subs gegiftet, aber möchte sein Name nicht sagen? Ist anonym? Ja, okay, sag ich nicht. Wow. Hä? Du hattest gesagt, das ist anonym. Ja, aber du kannst dich ja trotzdem dafür bedanken an denjenigen, der weiß, wer der ist. Ja, denn vielen Dank, anonymer Sub-Gifter. Genau. Und bedankt euch bitte alle an anonym. Genau. Dann kommt MDK um. Mit dem haben wir damals auf dem Rust-Server gespielt. Ja, den kenne ich, glaube ich. Der hat diese ganz große Dings gebaut, diese ganz große Bates, diese ganz große Viereck. Wie groß war das? Ganz groß. Ich bin da immer unsicher hingeflogen, hab an seiner Tür geklopft und der hat immer geguckt, wer da ist. Ja, vielen Dank. Für 5 Gifte-Zubs. Oh, 5 Gifte-Zubs sogar. Uiuiui. Dann kommt der Eichen mit 5 Gifte. Vielen Dank für deine 5 Gifte-Zubs in der Curtis Nation. Dann kommt Eichen mit 5 Gifte-Zubs. Kann man nicht irgendwer anders übernehmen, den Demba oder so? Ja, Demba, das ist dein. Ja, okay, okay, okay. Let's go. Jetzt Demba. Der Eichen mit 5 Gifte. Ja, der Eichen mit 5 Gifte. Danke. 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 Boah, der Martins streamt voll kaputt, ey. Der kann das nicht. Ich bin doch nicht im Flow, Alter. Lass mich spielen. Früher war cool, als Gifte noch was sagen hatte. Boah, schon wieder Maximo, Alter. Hi, danke. Was? Wie, hi, danke, Junge? Hi, hi. Wo bist du denn? Hast du streamen 40 Gifte-Zubs oder was? Dann hast du nur ein Hi-Danke gesagt. Oder gar nicht mehr vorlesen. Ui, ui, das ist ja auch eine Option, einfach gar nicht vorlesen. Du sagst doch keine Namen. Natürlich, hä? Hä? Wie? Ich kann keine Namen sagen. Sag mal. Sag mir. Was denn? Oh, name-calling im Chat. Sag. Ja, was soll ich dir sagen? Ja. Ja. Oh, hier lese ich aber einen neuen Sub. Dann kommt der VioVio187 mit dem Resub am 1. VioVio, danke schön. Liebe an die Gang Gang. Liebe an die Gang Gang. Liebe zurück von der Gang Gang. Boah, der ist voll gut. Das war gut. Dann kommt nochmal YouCanCatchMe mit einem Sub an Nightbot. Dankeschön für dein Gifted Sub, aber fangen werde ich dich trotzdem. Pussy-Kussy an der Stelle. Ja, der ist ein bisschen besser als du gefangen. Ich bin noch klein und nervös, okay? Dann kommt Dr. Bisse mit 406 Bits. Dankeschön, Dr. Bisse für deine Bits. Dann kommt der Gamers2110 mit einem Gifted Sub. Danke, Gamer, für den Gifted Sub. Dann kommt der Showtime mit fünf Gifted Subs. Dankeschön, Showtime, für deine fünf Gifted Subs. Mach bitte die Eule. Genau. Der Dember ist ein ganzes Feuer am Anfang schon verbrannt. Das war die Eule. Dann hat die Oma dem Opa den Kenneth Quinchin Sub geschenkt. Ah, danke Oma für den Opa. Vielen Dank, danke. Dann kommt der Ice Cube nochmal mit zehn Gifted Sub. Boah, Rap-Biter. Ja, Rap-Biter. Dankeschön für deine Subs, man. I love your sounds. Das ist nicht der Ice Cube, Bruder. Das ist ein anderer Ice Cube. Dann hätte er mich ja auch gar nicht verstanden, ne? Der kann kein Deutsch. Dann kommt der Colone, der Agra mit zehn Gifted Subs. Dankeschön, der Agra, für deinen Gifted Sub. Bedankt euch für die Subs. Macht die Eule. Dann kommt Taste Gaming mit 1000 Bits. Taste Gaming. Dankeschön für deine 1000 Dips, Dips, Bruder. Bruder. Dann kommt Maisel, 1337 mit fünf Gifted Subs. Dankeschön, Maisel, 1337 für deine Gifted Subs. Leute, bedankt euch für die Subs. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Macht die Eule. Boah, der ist echt gut. Dann kommt Killer Daddy mit dem Resub im vierten, mit Prime. Dankeschön. Und der ist schon ewig dabei. Danke für deinen Prime Sub, Killer Daddy. Dann kommt der Chris aus Hamburg nochmal mit 20 Gifted Subs. Oh, der übertreibt langsam. Aber trotzdem danke für deine Gifted Subs. Und dann kommt der Olli XS und der hat der Legendary Lea einen Sub geschenkt. Ich glaube, das ist die Ex-Freunde von Soda Puppe. Na, jetzt sind wir fertig. Der Olli noch. Ja, dankeschön, Olli, für deinen Gifted Subs. Der Olli auch noch. Lena, bedank dich beim Olli. Mach die Eule. Hast du mit dem Killer Rudi geschrieben? Ich? Killer Rudi, bitte melde dich im Discord. Der hat die Eule genommen. Übrigens, vielen lieben Dank für die Subs und Support und so. Ich liebe dich. Ja, vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir auch. Dankeschön. Der Killer Rudi hat sich noch kein Emote ausgesucht. Doch, der hat die Eule genommen. Ich hab mit dem geschrieben. Hast du nicht. Nein, der hat mir gesagt, der nimmt den Wizard. Warum der arme Gyfi? Der arme Gyfi, der mich mit seinen 14 Jahren damals gestreamslandt hat. Ich wollte zum Munder, ja. Ich lieb den. Der ist mein Bruder. Oh, das war süß. Der ist dein Sohn. Der könnte mein Sohn sein. Das stimmt. Ich war schon früh aktiv. Aua, aua. Ja, gib ihn, hau ihn. Nein. Aua. Klatsch ihn weg. Das hat richtig geklatscht, Alter. Richtig gut. Ja, danke. Tschüss. Sie weg. Junge, es gibt bestimmt Leute, die so sind. Ja, endlich. Danke, Jay. Hamadino verrät. Hallo. Was ist denn jetzt mit dem zweiten Stream von Gyfi? Very soon? Ja. Ich weiß nicht. Bald. Was? Wer weiß nicht, Junge. Wir müssen erstmal auf meinen Bann abwarten, wegen dem Wort, was ich gestern gesagt habe. Ich glaube, ich kriege Vegas. Oh, oh. Hä? Nein. Ey, jetzt kamen die ganzen Sub. Ich dachte, jetzt wird erstmal Dodge gefahren für die nächsten Monate. Das ist Spaß. Morgen der Sieb haben ist, wir müssen auf den Dings warten. Nick, wie der Bock hat. Dann können wir da weitermachen. Nick. Go, Gyfi, go. Gute Resonanz, ja, ja? Gyfi. Ja? Gibt's nichts mehr zum Vorlesen? Du kriegst die Note 2. Ey, komm schon. Ja, häng noch Plus dran, wenigstens. 2 Plus. Dankeschön. Demba kriegt eine 5. Wat? Ja, okay. Demba kriegt, na, eigentlich Demba hat dann eine 1. Minus. Oha. Das ist okay. So habe ich meine Note aufgenommen. Das war Stich in mein Herr. Du bekommst nichts, du teilst mich auch nicht deinen Kuchen, Junge. Doch! Nö. Okay. Haben wir nur irgendwas auf dem Dev-Server zu tun, nö, ne? Nein. Boah, ne, wir können da ja nichts machen. Jetzt Feierabend hier. Es sei denn, wir können, äh... Wir gehen jetzt gleich den Nick Off-Stream bequatschen, dass der da schon mal wenigstens die Airdrops und so macht. Ja, es sei denn, wir können Loot-Table selbst anpassen, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Können wir nicht. So, ich mit mich kurz. Tschüss. Ja. Mr. Dalai Lama, vielen lieben Dank für die Primes auf dem vierten. Hallo, ich bin nicht mehr ganz frisch. Mach nur so... Zwinker-Smiley, Bruder. Das machst du extra, ne? Mach nur so weiter. Apostroph, Apostroph Herz. Und special greetings an den Schwurb, Edelmann, Beste, Ulle, den dummen, dummen Dember und natürlich Güfi. Habt ihr gelesen? Was denn? Schöne Grüße von Dalai Lama, den dummen, dummen Dember und natürlich Güfi. Ich hab schon einen Chat reingeschrieben. Richtig gut, dass die Lucky vergessen haben. Dankeschön, Buddy. Danke für den Snap. Macht Eule. Ja. Wo ist die Hut und Eule? Nur der Kölsch hat die Hut und Eule gemacht. Chat, ich mach die Primes jetzt hier aus. Wir machen heute mal früher Schluss. Wir haben ja die letzten Male immer bis 2, 3 Uhr nachts und so gestreamt. Und sogar manchmal noch länger. Daisy. Wir sehen uns morgen. 19 Uhr. Vielen lieben Dank. Für heute. Ähm, morgen kein Daisy. Selbst wenn der Server da wäre, weil wir haben ja jetzt diese LP-Dings da, den Strang. Die müssen wir erst zu Ende spielen. Sonst fällt da der LP flucht. Tschuhu's. Wer ist live? Texas ist da, ne? Hä? Buckelo. Hä? Texas offline? Ich schicke euch zum Moonday. Was macht denn der gerade? Der guckt Videos. Der guckt das erste Mal in 2021. Ich schicke euch zu Daniel. Und da könnt ihr rumknutschen. Und kein Dublo. Der freut sich bestimmt. Da freut sich der Giffy auch. Weil Daniel ist sein Idol. Heute, 19 Uhr. Gleich Uhrzeit. Plus minus 10 Minuten. Danke für den unterhaltsamen Abend. Schlafen Sie alle gut. Ja, ich wünsche euch alle eine wunderschöne gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen und benimmt euch. Und von Schwester Kusch auch gute Nacht. Du bist nur jemand im Schaum. Lass mich in Ruhe. Mein Körper, meine Regeln. Ich hab's lieb. Nein. Ich küsse nicht. Ich bin ein Mann. Ich hab keine Gefühle. Nö. Der Hamadini ist auch ein Verräter. Tschüss. Wen soll ich grüßen? Why is this serious? Soll ich grüßen? Dann bann ich den. Der darf nicht böse zu dir sein. Nein, du haust hier niemanden. Das ist verboten. Das darf man nicht sagen. Ja. Nein, auch küssen nicht. Das gibt's nur bei Onlyfans. Tschüss, Chad. Bis nachher. Tschüss. Kussi. Tschüss. Schech. youngsters. Tschüss. 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 Bäppp.